hi und servus liebe leute willkommen wieder zurück zu let's platin hier destiny 2 mit mir erstmal kurz alleine ich jetzt mal hier paul kommt noch mit dazu ja gut fangen mit dem so der jetzt da ist der ist nämlich hier na da werden wir das mal kurz mal hin tüsen und mal schauen ja was er so tolles hat und wir haben da eventuell holen können ja und dann mal gucken dämmerung strike will ich heute auf jeden fall aber noch machen deswegen müssen wir gucken ja ob jetzt hier paul und so zeit hat andernfalls muss ja wieder eine random gruppe dann suchen jo mal gucken was wir da so heute alles hinkriegen ja schauen wir mal schauen wir mal schauen wir mal muss ja immerhin noch raid fertig werden ja das ist ja so bisher sonst auch nichts servus maxi braun bis aufgestell heute hast du jetzt zeit oder bist du im raid das habe ich jetzt in meinem vorfall mal nicht geguckt gestern schon heute nicht ja so füßen wir mal was wir da in hier dann sehen wir da mal das können wir eigentlich fast auch noch nicht machen ja aber dann brauchen wir das zeit okay ja das werden wir mal auf jeden fall holen titan klasse kann man sich eigentlich auch mal gönnen neun dies gebäude jäger ah exotik pur und als habe ich jetzt die exotik trophy auch mal unbarmherzig die werde ich auf jeden fall benutzen gut also machen wir die da jäger ja komm scheiß drauf was soll es ja das denke ich mir nämlich auch hier allerdings habe ich als die hier noch drin ja egal auf jeden fall habe ich die mal schon mal das ist ja schon mal gar nicht mal so verkehrt ja wenn wir das haben da haben da haben wir natürlich jetzt das hier drin zu 72 72 gut dann machen wir das so und so genau und das titan sie wären da hinten da ne ja gott ähm hab's dann gleich maxi na dann aua die gefallenen werden durch diesen servieter genäht das sind schlechte manichkeit halte sie auf ah shit genau weil da können wir das vielleicht ja machen Alter ist das gerade laut hui jetzt ist der sauer sei nicht alman maschinen können nicht zufrieden werden wow ok ah meh Meio, 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 was ist denn das jetzt hier? Okay. Nice. Oh, nice. Das should be a redrop. Jod. Das ist unmöglich. Ich habe einen guten Ruf. Okay. Gut. Haben wir das auch noch nicht mitgenommen hier. Äh. Ja. Dachte ich mir. Tschüss. Genau. Das ist 270. Na, bringt mir so jetzt hier aus mehr nix. Äh. Ja, das weiß ich natürlich nur nicht, was wie Paul das ist. Äh. Gut, aber macht nix. Gehen wir es mal da gerade hin. So, hast du da jetzt eigentlich die Trophy schon mit dem einen, mit der einen, die andere Gold Trophy da? Weil ich dachte eigentlich, das wäre so gewesen. So. Äh. Ja, da bist du ja. Aber dich mal schon mal hier rein. Den genauso auch klick mal hier. Ja. So. Das klick schon mal runter. Und nicht vergessen anzuschalten. Na, sonst hörst du mich gleich wieder nicht. Na, komm. Äh. Äh. Da ist sie. Gut. Ja. Wow. Hat er jetzt echt so lange gebraucht oder was? Krass. Naja. Na, da ist da eine Ami. Aber. Nö, der ist offline. Hä. Gut, das wäre jetzt aber nur alphabetisch wäre, aber wäre das Beste. Aber. Der ist offline. Zumindest sehe ich ihn nicht. Ach, wech die. 274 will aber der auch. Hä. Loy. Nice. Ja. Ne? Kommst du halt mal rein hier in die gute Stube. Äh. Gut. Also fehlt dir dann zurück, siehst du noch einen, oder hast du dann einen? Na, komm jetzt noch mal rein hier. Und dann sieht man da mehr. Ist ja noch nicht voll, ne? Ne. Ah, ja. Hm. Ne. Wobei ich dann jetzt eigentlich auch fast das jetzt benutzen könnte. Wenn ich das jetzt eh schon benutze. Ja, komm. Nehmen wir dann das. Äh. So. Genau. Passt. Eiern wir jetzt richtig schön mal in der Luft rum hier. Mit den Dahlen da. Passt. Was ist denn du? Ne? Da hast du auch Zeit. Los, 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 los. Ja. Ja. Moin. Na? Na? Und Raid Klee oder was? Äh, ne. Ähm. Wir sind immer noch da, wo wir gestern gestoppt haben. Äh, und uns fehlen noch zwei Spieler, die im Moment auch nicht online sind. Achso. Also einer kommt erst um 10 Uhr, beim anderen wissen wir nicht, ob der Warp heute online kommt. Achso, okay. Das ist natürlich kacke. Ja, deswegen, vielleicht spüren wir mit dem Raid Häusler und wenn, dann machen wir die Nacht durch und wenn nicht, dann spüren wir morgen. Sobald war. Soll ich über Bungie suchen oder über das sind die LFG? Ne, das ist egal. Ja, als es zu finden, mache ich auch sogar Bungie. Äh. Ich dachte, du hättest den dritten. Der ist nicht online. Hab ich doch gerade hier zwei, dreimal im Stream gesagt. Ja, hab ich nicht mitbekommen, weil ich den lautlos gemacht hab, weil ich grad von, von den Leuten, mit denen ich Redmacher eingeladen wurde, weil ich, ich dachte grad, die werden jetzt Red Ready, aber doch nicht. Tja. Deutsch, PS4, Dämmerung, Einspieler. Äh. Aber du hast ja grad gefragt, wegen der Boothin da, wegen der Trofeer. Genau. Soweit ich weiß, ist das ja eigentlich mit, mit, mit dieser Boothin Prüfung der Neuen. Aber um die Frette schalten, äh, muss man, glaub ich, mindestens ein Match gespielt haben, soweit ich weiß. Ja. Weil der, als Meilenstein steht, der Säulenzugang, wenn man ein Match gewinnt. Richtig. Und bis jetzt hab ich noch nichts davon gespielt. Wenn man dafür ja mindestens hier Spieler braucht, um was überhaupt starten zu können. Ja. Gut, das könnte ich auch suchen, das ist das gleiche Problem. Kommt da zwei Amis rein, aber ist ja Hupe. Oder, wie ich ja jetzt hier, ich suche ja grad nur nach einem, ne? Na, aber im Moment finde ich Rattenkönig irgendwie wichtiger. Ich persönlich. Vor Trofänen. Doch bei mir ist das Gegenteil. Aber gut, das wäre auch kein Eck da, weil ich hab jetzt grad schon gesehen gehabt, da suchen jede Menge Leute. Für hier auch Prüfung der Neuen. Äh. So, warte mal. Mann. Ja, da, Prüfung der Neuen, da haben wir uns wirklich schon einen Platz frei. Was ist denn das jetzt? Deutsch, Dämmerung, mein Gott. Ah. Das nervt, dass du die Leute echt da drüber suchen müsstest, ja. Mein Gott. Ansonsten gibt es ja auch noch Communities auf Playstation, wo man suchen kann. Ja, das dauert ja noch länger. Bis da die Leute reagieren bei Bungie oder der Sliere Lefty dauert sich mal eine Minute, bis du vier, fünf, sechs Leute hast. Stimmt mal wieder. Ja. Deswegen bin ich in die Gruppen nicht drin, weil sie sinnlos. Alternativ, wir können auch mal im Clan suchen, das sind eh grad, äh, äh, warte, 37.468 Leute online. Okay. Ja, der größte Deutsche. Deutsche Sternenwacht. Größer gibt's nicht. Oh, ihr sucht einer Leute für Dämmerung in einer Community, ihr habt vor 15 Minuten geschrieben. Ne, fragen halt mal, wenn noch reagiert keiner auf Bungie. Aber ich denke mal, hier, der wird schon was haben. Äh, ne, der ist nicht online, ne. Hm, der ist ja doof. Äh, ne, der ist ja doof. Hä? Suchen welche für Raid Endboss, wollen mir theoretisch auch die gereichen. Hä? Okay, der Typ sucht nicht mehr. Hä? 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 Ich guck mal, man möchte in der FL durch. Ich gucke mal, man möchte in der FL durch. Ich gucke mal, man möchte in der FL durch. gut ich habe ich habe schon ein lange stange okay ja gut dass die plästchen habe ich voll vergessen die hängt ja zwei drei minuten hinterher bis sie das schnell so näht ja nicht dann ist der ja weil er so der einzige ja dass ich nach den ein und ich gehe mal kurz auf die toilette so wo ist er die lange stange doch koma klar ist hier jetzt endlich da ist er noch so nachtpirscher noch so einer noch ein anderer oh gott ach moin paul da bist du ja na toll gut jetzt muss ich mich hier deswegen haben wir jetzt gerade in den dritten gesucht hier weil du überhaupt gar nicht online warst bist wie immer äh kacke ähm könntest du einen strike eventuell äh ne könntest du aber einen strike eventuell warten weil wir haben nämlich hier so ein random da gesucht über bungee.net das ist ja so wie kacke wenn ich den jetzt rausschmeiß so ich mache eh zwei dreimal dämmerung von dem ja wäre da besser ja na gut da bin ich ja ja und jetzt ist paul da ne ach jo was so er kam gerade in den einsatz trupp rein schreibt paul moin ja aber er wurde noch warten also äh wirst du zweimal dämmerung rennen oder nur einmal im grunde ist mir egal ok es ist nur die sache wann die leute online kommen für raid ja ja das ist eh klar ja gut zur noten als wir zwei halt nochmal den dritten ist ja auch kein ektar selbst sehen dass es relativ schnell geht zwei leute fehlen auf jeden Fall noch die noch online kommen die noch gestern dabei waren ach ach verdammt wir müssen uns ja beeilen ich habe gerade keine Zeit meine Dose Monster aufzumachen ja deswegen fahr ja nur durch ne oh ok also das ist ja scheiß Kombi wow da fliegst du ja echt ewig mit dem Ding ah ok ne ich bleib auf äh storm das ist scheiße mit der Rüstung welche Rüstung äh boah ich verstehe ich verstehe überhaupt nichts ich hab die ganze Zeit rumkommen zu trauschen in meinem Headset keine Ahnung was ist denn beim Raid äh also ich geh nicht in Raid weil ich bin da sowas von nicht Raid fertig äh Maxi geht da in Raid die sind ja hier bei den ähm bei den Lustgärten ja das sind ja die Namen ja echt lustig indem auf und vor allem ne muss mir eh die Daumen drücken weil ich bin jetzt hier unterwegs mit zwei Huntern na im welt mit 5 egal mit einem zeiten ich glaube auch bis zu den lustgärten geschafft ja was ist an für ein schadensmodifikant war ich habe keine ahnung das ist nicht komplett anders es sollte eigentlich dauerhaft angezeigt werden aber durch ein bug wird das nicht dauerhaft anders ja aber red hier das ja also unter 290 gehe ich nicht in raid ja weil also unter 280 wird es auf keinen fall mitgenommen das war es gar nicht probieren nicht wechseln aber ja ich weiß ich mal eben für den bachfeld umarmherzig ja weiß ich schon ja wenn du lagt ist mir beide mit der vertraut schießen der boss hält richtig schnell durch die ringe muss springen für extra zeit ja also jetzt schon okay ich hätte ja dass wir die gegner verlichtet na gut die regen kommt immer an bestimmten orten die ringe verschwinden noch mal auf beiden wegen ja oh Oh, was? Alter. Minotaur, toll. Wow. Ah, scheiße, ja. Ich weiß nicht, warum. Aber immer, wenn ich mit dir in der Party bin, habe ich ein richtig komisches Rauschen im Headset. Alter. Oh, Mann. Okay. Da. Aber das ist auch da, wenn man Headset draußen ist und nicht den Sound von dir über den Fernseher höre. Das müsste eigentlich an deinem Mikrofon liegen. Keine Ahnung. Aber das ist auch nur, wenn ich mit dir spiele. Keine Ahnung, was ist. Ich höre euch zum Ausmaß. Weil ich habe ja gestern richtig langen Raid gespielt und da war einfach nie Rauschen. Und einen Tag davor, weil mit dir aber auch das Rauschen war. Alter, leg mich doch im Arsch. Scheiß Ding. Keine Ahnung, was das ist. Es ist aber immer nur da, wenn wir zusammen spielen. Ja, keine Ahnung. Das Gleiche ist ja bei mir da irgendwie andersrum. Mit den Lecks. Also jetzt mal von Destiny abgesehen. Aber dieses Rauschen habe ich jetzt bisher nur bei Destiny. Bei anderen Spielen nicht. Okay. Hä? Ja gut, dafür habe ich jetzt mit dir kein Leck. Das ergibt null Sinn. Ich weiß. Aber ich weiß nicht. Keine Ahnung. Ich auch nicht. Hier einfach durchrennen und unten direkt mit dem Starro durchrasen. Ja. Letzte Plan. Und pass auf die Sniper auf. Den Zweck hast du ja schon mal gespielt. Du weißt halt, die Stelle mit den Gräben, wo diese Grabe-Teile sind, wo man sterben kann. Ja. In den Weg von den Dingern sporten nach der Ringe. Ja, ich weiß. Das ist so lustig. Ich bin durch. Bei den nächsten Regen. Na, ich komme auch gleich. Ich gehe gleich rüber zu den Dicken. Nachdem ich da oben eine Sniper-Plug gemacht habe. Ich hole lieber extra Zeit. Oh, verdammt. Oder weggesniped. Hm. Ach, die lange Stange ist auch tot. Oh, man. Oh, jetzt gehen die Ringe schon weg. Ja, deswegen machen wir dir auch aus, wenn die Gegner eigentlich tot sind. So gehe ich zumindest. Nein. Weil die Ringe... Keine Ahnung. Ja, gibt ja mehr Sinn, wenn die Gegner tot sind. Ab wann fangen denn die Ringe an zu destabilisieren? Sobald du den Osten eingesammelt hast. Wirklich? Ja. Keine Ahnung. Doch, das waren wir jetzt erst. Na, das ist genau drei Sekunden Zeit. Na gut. Wusste ich jetzt nicht, weil... Ja, wusste ich halt nicht. Ich schon. Ja. Ich bin schon. Oh, krass. Na, ich mach... Ich mach für dich erst, wenn ich mindestens 2,90, 3,95 bin. Der ist 303. Ja, gut. Dann geht's ja. Ja. So lahm ist der jetzt gerade. Boah, nice. Okay. Okay, jetzt ist es leerer. Also, theoretisch gesehen, sobald wir unten den Schalter betätigt haben, dass sie da sich die Plattform da drehen, ne? Kannst du dich eigentlich theoretisch gesehen im Weiten lassen. Im Grunde ja. Ja. So. So, Schalter ist aktiviert. Wir wollen ihren Bohrer zurück. Jupp, nice. Wehe, jemand wiederbelebt mich. Was hast du gesagt? Ja, nein. Was hast du gesagt? Ach, komm schon. Boah. Die ganze Zeit, eine Rauchgranate wäre auf dem Belämmerskimmer dran und macht Nahkopfangriffe. Ja, es passt eigentlich ganz genau. Wenn jetzt deine Gestange nicht auf die Dekom zu wiederbeleben. Ach. In einer Sekunde kann ich mich selbst wiederbeleben. Ja, ich werde dann oben stehen, weil ich gehe nicht runter. Wozu auch? Also, ich würde schon runter gehen, wenn der 500% ist. Ja, jetzt, ja, ja. Also, nur, dass es nicht, äh, oben stehen zu bleiben. Huh. Nice. What? Wow, fast gestorben. Ich bin nur fast gestorben. Mich hast gegen die Wand gehauen. Ach, das ist mir auch neu. Wow. Ja, mach dir mal, schon mal weiter. Nein, die Typen haben mich von der Map-Uter gestoßen. Ja, also hier, der, 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 der einen 5 Minuten nehmen, das kannst du dich schon mal vergessen, ne? Ja, höchst du wahrscheinlich. Ja, klar. Könnt du noch mal machen? weil halt wie gesagt die ringe nicht einnehmen wenn die gegner noch da sind weil ja was sind muss er beschossen auch mal machen alle drei irgendwie in kommunikation ja dann geht es gar nicht besser mit fünf minuten restzeit aber immerhin hättest du dann schon mal die stürzen ich eigentlich schon wieder von der map aber so wollte ich mich retten ich weiß nicht was die lange stadt gemacht aber ich renne durch wow was haben denn die mit meiner wand au na geil zum dritten mal klatschen die mich jetzt gegen die wand ja scheint möglich wenn ja ich jetzt so schimmel oder dass er bäume markt oder so aber bin ja echt jetzt endlich man 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 das war die lange stange wie man hier geht es ja einigermaßen noch nicht so alt viele gegner sind aber arg viele bohrer die sparen hinten oh nein das war knapp ah shit das war knapp bei mir komm den ring krieg ich noch ich geh runter zum boss fight und dann kannst du direkt beim boss fight wieder beleben so gut also wenn wir den jetzt innerhalb von 1,5 minuten legen und wenn solane ist und wir beide mit der umarmherzig drauf schießen nie dann müsste es eigentlich gehen innerhalb von 1,5 minuten hoffentlich er lebt sich noch nicht wieder nö ja ja sparen hier unten wow also ich hab grad nur ein lightest green ah jetzt okay fast boah ich hab schon gedacht gut ich hoffe jetzt müsste ich jeden moment solar angehen hoffe ich jedenfalls was weil wir nicht ja das irgendwie bisschen ja es kommt grad akkus an solar boah boah schade 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 ich hab grad fast solo den ganzen ersten Ball weggemacht ne halbe minuten schaffen wir das? nie da dauert schon lange die spawnzeit vor dem länger ok ok die umarmherzig ist auch ohne solar stark haben wir zu laser stärker es wechselt die waffen wo ist er? ja jetzt schaffen wir es eh nicht mehr wieder zu beleben wenn wir jetzt verfallen oh grad noch so das war richtig knapp ja skill ja ja noch ein paar zeitringe ist vorne dann schaffen wir das naja das war halt von vornherein ein Fehler also hier na die ringe als die zusammen wenn wir gegen noch da sind ist viel zu stressig dann ne ui 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 er könnt mich wiederbeleben? gut Was für'n Schaden ist dort abend? So laut. Gut, dann schieße ich mit der richtigen Waffe. Siehst du? Ich bin geblendet, deswegen sehe ich das gerade nicht. Achtung. Ja, genau. Okay. Leere. Ja. Könntest du ein Haltfeld dazu machen? Dankeschön. Wow, blind. Ja. Ah, da ist er. Ich vermisse schwere Sintesen. Schwere Muni. Oh, ja, genau. Scheiße. Wow. Ich bin zu oft. Ja. Zum Glück gibt's ja keine Dunkelzonen. Wipe. Ja. Äh. Jetzt gucken. Na mal, was du nachher richtig aus war. Weil alle Gegner plätten und dann in alle Ruhe hier dann die Dinger einsammeln. Die Ringe, mach ich. Ich glaube, mit dem Red Hot wird das nichts mehr. Dann ist das schon der nächste wieder off. Jetzt müssten wir auf drei Leute warten. Ja. Danke. Wow, verdammt. Dezradiolarische Flüssigkeit. Ja. Daun. Man kriegt noch mal Loot? Ja, immer. Ja, klar. Ich dachte noch einmal Loot, so wie ich damals. Wurde geändert. Deswegen habe ich ja zu Paul gesagt, der macht ja nix. Wir können ja das auch zehnmal heute machen. Das ist Baulatte. Okay, da. Nein, ich bin hier ganz oben gespawnt. Ich krieg. Nein, ich will den Loot noch haben. Hä? Komm schon. Du kriegst den Loot dann zugeschickt. Außer hat die Marken. Die kriegst du nicht. Weil ich glaube nicht, dass du noch runterkommst. Ich hab nicht Papa geschafft. Wow. Okay. Im Endscreen Retteloot angezeigt. Ich hab ne Sniper bekommen. Das freut mich richtig. Ich weiß jetzt gar nur. Mir hat irgendwie ne Sniper gefehlt. Zerstörer von Welten Powerwaffe. Ich hab einmal klatschen. Die Zerstörer von Welten, das ist die, die man nach dem Wait bekommt. Ja. Ist ein Shotgun. Falls du es noch nicht passt hast. Doch, weiß ich. Ja. Oh, nice. Jetzt war nur ein Punkt mehr, aber trotzdem nice. Okay. Wenn es nicht klappt, dann sagen wir einfach, es war ne Einspielrunde. Das war grad ne Einspielrunde. Ja, normal. Hallo. Ich bin jetzt seit 14 Stunden unterwegs. Das war nur ne Einspielrunde. Achso. Bleibt der jetzt noch drin? Oder was macht der jetzt? Weiß ich nicht. Du konntest ja schon mal Pauli die Party einladen. Das können wir machen. Das klingt nach nem Plan. So. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Oh shit, da ist er noch. Oh shit, da ist er noch. Oh shit. Da ist er noch. Achso. Servus. Jetzt wird nichts ausgeglichen, die Scheiße hier. Jetzt bin ich wirklich gespannt. Ja. Oh, oh, ich muss mein, ich muss doch, bevor wir starten, ich muss doch meine Ausrüstung ändern. Ja, das gleiche habe ich mir gerade auch gedacht. Weil da drin kann man nicht mehr ändern. Das ist das Problem. So. Durfte passen. Ja. Storm. Okay, ich habe es geschafft, soweit alles zu ändern, was ich ändern muss, bevor wir reingehen. Oh, aber der bleibt echt noch drin, ne? Schreiben du da auch nichts. Oh, ne, kein Bock auf den Scheiß. Dann hättest du nicht in die Party ein. Der hat kein Mikro. Der hat gesagt, der will ja auch lieber, äh, zum einen hat er kein Mikro, zum zweiten hast du Partys. Hat er mir ja geschrieben. Über PSN. Achso, ja. Okay. Deckfitment gesperrt. Juhu. Manche hier zum Beispiel auch lieber Mucke oder sowas hier, voller Lohnstarke, ne? Weil das, pff, weiß ich nicht, ob das so einer ist. Mach ich auch manchmal lieber. Aber nicht während ich der Party bin. Vielleicht die Party, wenn man nicht mehr. Richtig. Und bei mir würde es dann nur heißen, Papa, ich kann nicht schlafen, mach die Musik leiser. Und es könnte heißen, mach die Musik aus, Twitch will das nicht. Stimmt. Der macht euch doch mit. Okay, nice. Bin immer gespannt hier. Ich hasse das Prüfungen in Zeugs. Ausgibt halt mächtige Ausrüstung, ja? Was ist eigentlich diese Säulen, was man da freischaltet? Was ist das? Wie damals die Planeten. Ach, das ist... Tipp ich jetzt mal. Was ist das für eine Map? Keine Ahnung. Mit zwei Warlocks mit... Ist das cool? Ne, geil. Ist das cool? Ah, mein Tanz. Deine Gegner. Jetzt kommt's. Ey, das ist ja mal so geil gemacht. Mit dieser Einleitung. Ey, was ist das für ein komischer Tanz? Ach, du Scheiße, Mida. Ist das geil. Okay, das ist wirklich geil gewesen. Oh, Herausforderung. Sieg 150 Gegner. Am Arsch. Was eine Herausforderung. Gewinne 20 Runden, gewinne 5 Matches. Wow. Ach, das ist Bob. Wir sollten zusammenbleiben. Oh, die kommen hier. Hinter uns. Ich hab einen fast getötet, aber der ist abgehauen. Hab Power-Monie. Na, ich bin tot. Na, ich auch, verdammt, aber ich hab einen angehästet. Man kann wiederbelebt werden. Hinter dir. Ja, hinter dir. Ah. Ja. Wow. Gewinnen wird wohl, glaube ich, schwerer als gedacht. Nö, das geht schon. Verteidigung. Wir sollten nicht echt zusammenbleiben. Das wird relativ schwierig, wenn du nicht weißt, wo wir hingehen. Ja, es ist auch schwierig, wenn du nicht alle kommunizieren können. Achso, du meinst du eine Schlange? War auch gut. Weil ich glaube, Kommunikation ist jetzt hier in Twiles of Nine am besten. Oh, nee, die haben die Sprengladung aktiviert. Hilfe. Bei mir ist ein Gegner. Bei mir sind mehrere Gegner. Au, Alter. Wow. Ah, hä? Nein, ich bin letzter Hüter. Hab einen tot. Schade. Die Fresse voll kriegen. Geil. Ja. Die heißen auch Childs of Nine. Der klar jedenfalls. Und einer oder andere ist random. Der ist auch nicht in der Party. Das geht nicht random. Man kann ja nicht random. Man muss zusammenspielen. Bungie.net. Bungie.net. Oh, verdammt. Die geht noch. Oh, der eine hat einen Lebenspunkt. Oh, ja. Ja, keine Chance. Ah. Oh, verdammt. Ähm. Bleibt zurück. Könnte mich einer wiederbeleben nachher? Verdammt. Die sind ja durch Brennen gestorben. Hö. Nee, das war das. Ach so. Das haben wir aber gerade schon gedacht, wo sie es eingeblendet haben mit Child of the Nine. Das wäre sie genauso hier. Wie die, die, wie hieß die anderen da? Wings of Osiris hießen die. Alter. Oh, Mann. Boah, die, äh, nee. Du hast instant tot. Wenn du dir einen eingesöhnen, ist, warst du weg. Die kommen hier, bei mir. Oh, verdammt. Einer ist tot. Immerhin. In 15 Sekunden kann ich wiederbelebt werden. Oh, wow. Alter, treffen die. Die richtige Tore. Ich hoffe, er muss mich wieder. Ich hoffe, er muss noch eine Sekunde überleben. Er kann mich wiederbeleben und rennt weg. Nice. Du hast es nicht geschafft. Geil. Ich bin immer durch das Tor gelaufen, hat zwei Hedges kassiert. Boah, ich würde jetzt gerne mit Equipment wechseln und schwingende Wachsamkeit ausrüsten, aber... Da hat er, dieser Nähdarsteller, da hast du keine Chance, das ist ein Pro-Gamer. Das spielt nur BVP. Das ist mein Richtigste. Oh, ich sehe gerade, das ist so sehr wie ein Waste. Man kann nur einmal wiederbeleben. Man hat nur einen einzigen Rewive-Tong. Oh, verdammt. Ich glaube, die haben sich ja... Jörg, stell mal ein Heelfeld auf. Ja, du weißt schon, dass es cool anhat. Du hast das schon eingesetzt gehabt? Ja. Ich noch nicht. Ich habe es fast nicht bemerkt. Das wächst auch kaum. Wenn du so ein Raubeschuss stehst, wächst du das nicht. Einwanderfall. Das ist mein selben Weg wie die, oder? Hier warten. Oh ja, die kommen. Oh, verdammt. Wie, hom man. Siehste? Heelfeld steht. Ja, jetzt sehe ich es auch. In 10 Sekunden kannst du mich wiederbeleben. Wot? Oh, mama. Machst du das, wenn ich einen Schlau-Kollegen in die Party einlasse? Der will gar keine Party. Hä? Der andere. Oder was weiß ich jetzt, ja? Will ich den Party einladen? Nee, Kollege. Also der ist nicht schön. Haben einen? Diffuser? Ja. Das war der letzte Gegner. Ja, passt doch. Wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen. Wir müssen uns schaffen. Das reicht. Ob du dann danach krepierst, ist es wusst. Geil. Nice. Immer in einen Punkt. Wow. Ich kriege jetzt die E-Mail, dass du online bist, Jörg. Was du streamst. Kriege ich jetzt die E-Mail. Wow. Das Twitch war wieder auf dem neuesten Stand. Aber die Twitch-Benachrichtigung habe ich schon bekommen, als du angefangen hast. Okay. Einmal hinter das. Oh nein. Oh, verdammt, rennen. Ich renne mal lieber weg. Oh wow. Und der nächste. Geil. Ja, ich bin nur am Rennen. Bisschen schwere Muni. Alter Falter. Wie nicht da zerschissen was hier. Ich fühle mich verfolgt. Ich habe einen fast bekommen. Ja, Gott sei Dank vorbei. Wow. Ne, wow. Und so? Ja, Legionär. Panzerschuhe. Nice. Trotzdem auch noch kein Sieg. Ach ja, erinnere mich. In der Säule, wenn man diese Säule da freigestellt hat, kann man dann mit dieser Botin sprechen? Ich nehme es an. Ich hoffe es. Also normalerweise wurde ja bei Osiris was auch so, da wurde das Ding freigeschalten. Gekriegt. Durch halt dementsprechend ein Ausrüstungslevel. Und da hast du ja entweder die Lobby nehmen können oder halt generell den Kampf halt. Am besten wäre es, wenn wir den vierten hätten, der auch in der Party wäre. Ach, das geht schon. Das geht. Wir durften halt nur nicht gegen solche Pro-Clans antreten, ne? Weil das ist nämlich doch eine Kacke. Ja, das ist mal echt scheiße. Ja. Aber wenn wir einen Sieg haben und wir dann wirklich mit der Botin sprechen können, dann können wir ja nochmal auf Dämmerung gehen. Ja, gerne. Und hoffentlich dann mit fünf Minuten Restzeit. Was anderes will ich hier auch gar nicht machen eigentlich. Weil das ist Osiris oder Prüfung der Neuen. Ne, finde ich scheiße. Also das ist überhaupt nicht meins. Osiris habe ich immer gespielt. Fand ich super. Ne. Mit meinem festen Einsatzstrupp habe ich das immer gespielt. War gut. Ich wollte noch das Impulsgewehr ausrüsten. Schwingende Wachsamkeit. Das habe ich drin. Jetzt auch. Damit ich gehealt werde. Wenn du überlebst. Ja. Wenn einer von euch stirbt und wenn ich will, dann werde ich geheilt. Mal gucken. Jetzt kommt's. Okay. Unsere Gegner sind... 276, 269, 299, 2750. 2750 ist ja niedlich. Drei ist in dem selben Clan, einer nicht. Wie heißt der Clan? Obacht, der Ogre. Okay. Das liegt auf jeden Fall schon mal besser. Golden Gun. Sentinelschild, Beereläufer und Akrobat. Mindestens einer hat auch das Impulsgewehr. Schwingen. Also schwingende Wachsamkeit. Ich muss sagen, mir gefällt die Map. Ja. Ist auch klein, übersichtlich schnell. Ich finde das echt cool, diese Einführungsequenz. Ja. Finde ich echt nice. Ich finde mein Tanz so geil. Oh Gott. Oh, er hat das Arbeitstier im Moment. Der andere Typ. Obacht in Ogre. Könnte ein Schwabe sein. Oh nein, er hat die Schrollflinze. Er hat die Traktorkanonen-Schrollflinze. Mach nix, hab ich auch. Das Ding schleudert sich von der Map. Die Traktorkanone? Ja, das Ding schleudert sich weg. Es ist voll lustig. Ich hab sie nicht. Da hab ich vorgestern, glaube ich, gezogen. Wo sind die Gegner? Komm, bei mir. Ja, du bist da gerade alleine. Ja, ich weiß nicht. Ich merk's gerade. Du hast schon das verteidigen müssen. Also, einer ist gerade voll in meine Granate gelatscht. Ich hab's gesehen. Und er ist fast down. Da fährst. Und wir haben aktiviert. Einer weg. Einer weg, einer weg. Ah, ich bin nur weg. Ich kann doch jemand mitgeben. Noch einer? Nein, noch. Einer ist fast tot. Einer ist fast tot. Oh, oder? Er sollte wiederbeleben. Nein. Ja gut, aber die sind machbar. Hätten wir nicht machen können. Hätten wir nicht machen können. Ja, machbar sind die. Sag ich jetzt einfach mal so. Wer zwar der Ausweg gestorben ist, aber machbar sind sie. Ja, besser als die davor. Das ist noch eine andere Bombe gehen. Was? War es andere? Schlüsselloch oder Tempel? Schlüsselloch. Oh, ne, die sind da. Die sind da hinten. Nein, ich komm nicht weg. Ja, ich auch nicht. Ich wollte da hochsprengen, bin irgendwie hängen geblieben. Die kommen her. Zu unseren Leichen. Oh, ne, bitte nicht. Aktiviere einfach die Bombe. Bau mal einen Raketenwerfer. Ey, hinter dir. Na, das kann es knicken. Nie. Ich alleine brauche gar nicht gegen vier probieren. Ja, wow. Die Bombe muss explodieren. Die dürfen nicht, nein, die dürfen nicht die vier. Das kann nicht so schwer sein, ein so ein fucking Match zu gewinnen. Äh, wir sind ein uneingespültes Team und einer ist nicht in der Party. Doch. Es wird relativ schwer, eins zu gewinnen. Ich denke, die geht eh wieder zu der Bombe. Oh, sind die? Ja, die geht zu der einen Bombe. Oh, gut. Die gehen wieder zum Tempel. Und eine Raketenwerfer, ich habe ihn, der Raketenwerfer ist tot. Ich versuche zu diffusen. Beschütze mich, beschütze mich, beschütze mich. Nein. Eine Millisekunde Länge hatte ich diffusen. Oh, scheiße. Wie? Noch ein Millimeter hat gefehlt. Dann wäre ich fertig gewesen mit Entschärfen. Es bleibt noch ein Millimeter hat gefehlt. Ja. Toll. Eine Sekunde länger, dann hätten wir die Runde gewonnen. Schade. Ja, das sah aber gerade echt gut aus, das Game. Auf zum Tempel. Na dann. Auf jeden Fall sind die Gegner schon wesentlich besser als die davor. Also, machbarer und so. Wow. Geil. Einer hat beide Bomben und Schülter. Oh, ernsthaft? Ich bin schon der Letzte? Ja. Von deiner Sitzung geht es nicht. Ah, toll. Er hat sich hinterher im Schild verbargeriert und währenddessen entschärft. Ich hätte jetzt hier hinter einem zweiten Schild war. Jo. Echte gute Taktik, muss ich sagen. Normalgasfeuer, Sirius auch schon. Bubble dann, los geht's, entschärfen. Bei Osiris, da gab's das nicht. Da konntest du nur töten. Boah, ich bin fast dort. Oh nein, 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 nein. Die sind bei mir, die sind bei mir, Helfer. Nicht nur. Vor allem, die sind bei dir, drei sind bei mir. Hab einen, hab einen. Einer ist beim Schlüsselloch, genau. Das ist der Titan, glaube ich. Ja, das ist der Letzte. Ja, das ist super, bereit. Ja. Weg, nice. Dann entschärft. Endlich mal. Wow. Okay, gut ja. Wo wir das noch aufholen? Na klar. Kannst du auch für Schlüssel aufholen. Ja, aber nur, wenn man extrem gut spielt. Ja. Wo wollen wir hingehen? Kam planen, solange ich steige, jetzt im Tempel. Das ist, wie geht man hier oder nicht? Kommt von hinten. Da ist einer. Genau. Einer kommt von vorne. Genau, ein Schild ist einer. Bei der Bombe. Der ist tot. Ich gebe Bombeplänen. Ich aktive schon. Einmal ist weg. Raketenwerfer. Er ist low. Er hat ein low-Schild. Ah, hello. Einer noch. Setz dich, du. Nice. Ich halte mir mehr davon. Ja. Das ist kommend. Alter, die mir ist gerade der Puls hoch. Mal gucken, wo die sind. Ja, die kommen zum Tempel. Was im Ernst? Alter, gibt er mir einen Heller. Nein, der, ich hätte ihn dir andernfachs auch noch bekommen. Er hat es in seinem Schild verkämpft. Der einer. Ja, schau ich mich mal, ja. Du hast es nicht geschafft. Ja, nur als alle ihre Superfälligkeit haben vom Gegner zu ihm. Diese Attacke muss ein... Und bei uns keiner. Ja, macht doch nichts. Das ganze Gegner-Team hat die Supervoll. Wir haben keine Chance, die Runde zu gewinnen. Würde ich mal behaupten. Wenn sie sich nicht zünden, dann schon. Ich habe einen Golden Gun-Kill. Okay, ich habe keinen Golden Gun mehr. Alter, sind Speicher-Kill. Verdammt, Erd-Arkurs-Fenster aktiv. Akkus-Stab. Haben wir Bombe gezogen? Ja, lange Stange. Nice. Die fangen an zu defusionen. Na gut, was ich erledigt. Nee, das könnte noch... Oh, schade. Oh, in der ersten Gramm. Alter. Ich habe was... Ich habe einen Link in deren Gegenstand und einen Link in der ersten Gramm bekommen. Ja. Wow. Okay. Aber ich glaube, wenn man gewinnt, kriegt man noch besseren Loot. Ja. Aber... Ja. Ja, nochmal eine Runde oder so eine Pause? Ich glaube, ich habe noch eine Runde. Oder nochmal den mal rauszubekommen. Ich habe eine Raketenverbekommen. Die nehme ich jetzt direkt mit in der nächsten Runde. Oh, der Raketenfahrt komplett vollen Explosionsradius. Das Ding ist krass. Lauferschiebung. Komplett voller Explosionsradius. Nice. Nice. Wirklich nice. Na dann. Ich bin bereits im Sterben. Jetzt weg. Ja, der Mutlinge jetzt mal. Sophie zufrieden. Bitte mal normale Gegner. Na, was erwartest du? Ja. Eben. Also, die, die jetzt wie wir zum Beispiel noch nie ein Spiel gespielt haben, äh, gegen die... Ja, hat man ja gesehen. Ja. Das dachte mir gerade auch. Der Dämmungsstreck die Woche ist aber einfach als erst, oder? Ja, klar. Kommt mir so hoch. Ey, wenn ihr wollt, können wir dir noch Prestige versuchen. Schafft man nicht. Unter 82 eine Chance. 92. Oh nein, ich hab vergesst, eine Waffe zu wechseln. Und jetzt geht's nicht mehr noch. Ich hab wieder Multi-Werkzeug ausgerüstet, aber vergessen, wieder Mini-Werkzeug auszurüsten für den Extra-Tempo-Boost. Oh man. Einmal mit Profis. Na, geht schon. Jetzt fährst du dir weg, wo gut ist. Über 82. Was hast du gesagt? Warte. Ja. Oh, mir fällt gerade auf. Oh, wo wir hinfliegen, das sieht voll cool aus. Wie so ein Wasserfall im Weltraum. Oder einfach nur die Müllstraße. Müllstraße. Bö, bö. Ah ja, das wieder. Ich find das echt cool, mit dieser Einführungssequenz. Ich find das, der Tanz, äh, sieht richtig cool aus, so in dieser Einführungssequenz. Oh je. Oh ja, Mann. Echt jetzt. Oh, er stellt sich tot. Zwei Titans, geil. Das ist ne geile Geste. Schwachkopf war da. Mieter. 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 Oh. Wow. Hm. Alter, ich hätte gern deine goldene Waffe. also einer war gerade hier ja schon alle kann mich einer holen ja haben noch gekriegt auch einer pulsionsgewehr geladen ich werde wiederbelebt oh man und redet mich für uns geladen koffen hilfe hoffentlich bemerken die es nicht ich hab mich schärft nice 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 für sowas natürlich hast du dir eine naja ist ja noch was wenn ich nachtpische werden könnte uns einfach machen aber geht nicht so lange bis heute schaust danach bist du sichtbar aber ich hab mich schärft das ist die hauptsache einer ist fast tot oh shit noch gott alter habe ich gerade sagen heute ist ja dem am hilding vor dem er passt noch einen hinter dir maxi hat noch einen verdammt ich hab drei geholt dann kann es wieder bilder ja ich würde sagen waschen zu zweit er wird verliebt dann ein wieder haumann die dran ist richtig starke multiplayer also sie wollte erst mal drei leute und gold weiß also welchen hat die sollte die echte ausrüsten dies gut im nahkampf wohin wo es positiv die die exotische die nach dran kommt ja die gehen zu tempel ja ich gehe ich gehe außen rum und überraschung von hinten versuche ich jedenfalls so lange die nicht aufs radar achten hab einen ja ich auch ja genau oder ja wie auch immer auf jeden fall wir beide verdammt das sind die beiden blau das ist der letzte dann geht es auf Hilfe bis dahin er ist tot die gegensätze den ersten gegnern ist das echt ja ganz okay ja bis jetzt läuft doch in dem match jedenfalls oder das wieder zu lockern oder okay war klar jäger wieder ein schlüssel löcher ob ein angeht wird okay ich habe zwei geht nach gesehen angst am schlüsse loch auch verdammt auch verdammt ich bin lau einer kopf von hinten ist dann gut noch richtig ich bin won't down an alle scheiße johann hielding ist ein cool kriegen die nicht mehr wiederbelebt würde ich mal schwer behaupten ja bis dort 1 gegen 1 1 gegen 1 das urteil erwartet naja keine chance die automatik seh ich nix auf die distanz naja wer wird mehr ausgerufen hatten wir einmal scow und einmal handball wo lang ich werde hier gehen eh wieder zu tempel glaube ich auch ja mal gucken ich gehe wieder außenrum vielleicht bin ich wieder die gehen zum schlüssel loch ja obwohl ja doch ja die sind da die haben sogar verdammt ich stehe vor einem teitel schild wenn mitgenommen verdammt einer ist fast tot einer ist fast tot einer ist fast tot er müsste nur ein meter meine granate reinlaufen dann alles ist noch nicht vorbei defuse alles im tod du musst noch defusen ja ich brauche noch zwei sekunden jetzt das schaffst du oh yes schaffst du hast ja noch einmal die granate rein gelatscht ist und hätte sie nicht geschafft ich habe es auch noch in meine rein gelatscht ja ein bisschen ja hat den auch noch gut gedamaged du hast ja die schaffst du hast ja die schaffst du hast ja die schaffst du hast ja alle schlüssel habe einen den den tollen oder in einer seite auch verdammt ich habe ich getot ich hoffe wir werden jetzt geholt sie machen jetzt auch eine minute das urteil erwartet du kannst dich wiederbeleben nicht weg ich habe schon ein wieder geniehen wurde es wiederbelebt deswegen nein ich habe ihn wiederbelebt ich kann nicht so ja das muss jetzt ein das ist wirklich super leute ich würde ich würde bei der bombe okay also da ist da ist sieg 6 1 5 1 5 1 nicht so vorheilig sein ich habe 200 die ganze zeit das ist ja gut in meinem alter ich bin komplett ruhig und trink energy ja ich wollte noch ein ich gehe außen rum und gucke ob ich das ist die von außen überrasche wie gerade ja ich kann sie haben mich erwartet von hinten ich habe eingeholt noch einer ich bin da raus äh raus was soll ich gerade hier heraufkommende stürmen ich bin da rauskommende stürmen das war eine gute runde muss ich echt sagen ja das waren keine überstarken gegner ne die waren normal würde ich meinen dann lass mal gucken wo die säulen haben wir jetzt die säulen freigeschaltet wo ist denn das wo ist denn das äh unter schwörstiegel ja dann geh mal hin das ist ein social space alles klar los geht's ab in social das müsste das sein das meinte ich vorher so wie so ein klubraum oder was ich sag ab hier so ein hab halt zum lück haben wir ja so schlechte kinder bekommen na sooo schlecht waren die jetzt nicht unbedingt na aber schlechter als die anderen zwei teams ja das recht ist aus der team bringt er so boten oder ruf bei den neuen zu erhöhen ja das sind ja die video aus ihres bilder nur gerne ich hab sogar schon 13 weight token aber die kann man erst einen der typ bei dem man die einlösen kann sport erst nach dem welt nachdem man den abgeschlossen hat unglücklicherweise die rate tokens die gibt es im turm ab ja auf dass du dich gerichtet wurst bling ja aber die weight tokens kannst du erst im turm abgeben wenn du welt abgeschlossen hast erst dann spawnt der typ ach so ja das kann sein ja wow wie geil sieht das denn aus guck mal hoch und guck mal wieder wie die boote aussieht wow na schnecke wow du denkst du hast diesen ort gefunden annehmen achso tausch ja also ich will mal gucken was es hier so gibt vorschau oh die rüstung sieht scheiße geil aus geht mal auf vorschau die rüstung oh oh und die waffen oh das sieht echt nice aus die ganzen sachen die sachen sind echt geil aus an dem ort an dem alles stimmt ja als edelges hinter komplex sieht geil aus bam wie sie äh ich finde die jägerrissen sieht extrem schick aus ich würde einen umgang haben aber der shader ist auch geil oh ja der shader ist auch super nice wow was ist das hier für ein komisches leuchten aber auch nur zu 65 gier ne ähm lecker geht mal in diesen blau leuchtenkreis äh 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 vielleicht hat man zehn siegel hat und da auf so ne esther plattform gesteuert wo es gibt keine ahnung was ist das was ist das was ist das für ein komisches teil keine ahnung oh shit oh gut ich muss sagen das ist echt geil designt hier es sieht echt schick auf was ist das hier bitte für ein Ort und was sind das für komische fliegende konstrukte das wird hundertbohr da oben sein da ist die ruhe auf dem kleinen ding da oben mit den benzelnen dran du siehst eine kleine truhe hä da oben leuchtet es doch so komisch genau genau also wie das ding hier da ist ein grün da hast du hundertbohr hochgeschleudert mit dem ding dann wenn du es hast da ist noch so ein schleuderteil drauf das ist wahrscheinlich ganz oben auf die spitze das ist wahrscheinlich die kiste wenn du zehnmal gewinnst du videos kiste wenn du neu mal gewinnst ich muss sagen schick schick hier was ist das hier für was ist das hier sieht merkwürdig aus ja das wird denke ich mal so ein portal oder was ist das was ist das ey hier ist ein märer das ist ein märer das soll ich löschen lol bei mir ist gerade der umgang von dir verpackt der ist gerade einmal so über die ganze welt so lange gezogen worden lol so ja was machen wir denn jetzt denn warum gucken dass wir dir auf 5 minuten schaffen weil die trophy haben wir ja jetzt finde ich dir gefallen ja da 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 ist ja nur die frage warum der kurzweil fix das kleine peus hier noch machen weil dann heute mir steil hier auch mal ja was zu trinken und so es hat schon jemand platin in destiny normal echt jetzt jede menge haben platin mir fehlt es nur noch weight und prestige modus dann habe ich auch platin mit und die exos noch und dann die zwei noch weight habe ich vermutlich morgen oder übermorgen fertig ich bin doch froh wenn das heute bis dahin rate ready wäre ja da habe ich dann vermutlich fertig wenn denn überhaupt die leute online kommen die noch weitermachen ich werde wahrscheinlich bloß um das ganze da hier voranzupusten werde ich bloß in der gruppe join die wir beim endpost stehen und halt beim endpost auch gegner suchen ja ok ich will das spiel noch ein bisschen länger spielen deswegen möchte ich auch den loot haben ja das ist klar ja ja keine ahnung sehe ich dann bin ja eh noch bei einem mit davon entfernt aber ich muss sagen das hat jetzt auch schon gut gut gehen ich freue mich bei den raketen der vom komplett vollen explosions radios finde ich super ja ja heute schon zwei gold trophies bei mir heute ja also ich dachte vorher kurze abnehmen machen wir ganz fix hier mal eine kleine päuschen ok ja derzeit über jetzt hier schreibe also nicht wundern wenn eine lange 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 abhaut weil in der zwischenzeit hier schreibe ich den mal an ne mhm dass wir jetzt dann halt hier mit dämmerung weitermachen äh mit den anderen drei hier und naja na seitdem halt mehr oder weniger tschau hehehehe weil es einfach so rauskicken finde ich mir scheiße ja kann ich verstehen jo genau ja und dann dampfe ich kurz mal ab ne ja jo bis gleich tschau ja wie heißt du noch mal eisbude rau ja stimmt aber du hast ja die sturm kennst du am moment zu der sturm ornamenten nähe das sieht auch richtig geil aus das letzte mal bekommen das sieht sogar an die arbeit ich habe das moment von mir unbarmherzig damit dann sich noch blau weiß ich finde weiß irgendwie cool aus als angst in diesem türkis das für so uns gewährt hast du das eigentlich welches unbarmherzig sonst gewährt dann solltest du unbedingt zu erholen wo das 6 uhr der verkaufers kraft ach so der ist auf netzhaus ich empfiehle das so das ding rasiert bosse richtig gut weg hast du richtig gut dps zum beispiel jetzt die dämmerung machen mit fünf minuten restzeit machen wollen und grad so nah an ist und wir alle mit der waffe drauf schießen der boss feld falsch geworden und ich konnte glaube ich nur 23 jahre gegen ihre bruchstücke also und jetzt kommt auf 2 70 ist das eine energie waffe oder eine es ist ein fusionsgewehr fusionsgewehre sind immer power waffen obwohl es ein gramm es gibt ein exo granaten der fahrer ist im sekundär slot im energie waffen spot weil ich hätte ein paar waffen mit 277 aber das fusionsgewehrs hat richtig gut für bosse weil du kennst du hast du sonst gewährt hast du aufladen bevor ich schießen na ja das hier sonst gewinnt als gilt je mehr schaden du machst ohne dass du ihn geht nach geht es ist so schnell ist auf wenn du halt gut schaden hat das gerade immer schneller bist du hast die kündlich abfeuern kannst ohne aufladezeit es ist super das macht richtig viel dps was bosse extrem schnell zerstört du kennst du kennst du kennst du hast letzte woche mit dem boss na ich habe mir gesehen ich habe was gesehen zum beispiel wir haben alle drei die dafür genutzt weil solar innerhalb von wenn er es oben ist du weiß es ja oben da geht ihr euch hinter seine schutzschilder ja und bevor er zu den schilden kommen ist der war einfach sofort tot innerhalb von zwei sekunden schon mal schnell die war hast du eigentlich auch die rattenkönigs freude quest ich glaube nicht näher aber hätte ich dir könnte ich das ja also könnte ich die war wir kriegen mit den fünf minuten ja oder über 15 also hast du die quest hast du die missionen auf die talen habe ich gemacht ne ich habe nur das für verstorben gemacht obwohl sich wieder mehr gelohnt hätte obwohl die wieder mission ist auf 2 60 also schon ein bisschen schwerer als die anderen die kann ich ja gar nicht benutzen wenn ich meine sturm drin hat weil ich habe jetzt keine andere genetik wache wie ist der sturm ist es war nur 383 angreifst du kannst ja nur für den endboss wünschen also kurz und endboss wünschen ein bisschen schwere munition einsammeln dafür den endboss benutzen davor hast du noch die sturm benutzen also zum beispiel da wo die bohrer sind also diese diese abbaustelle da irgendwie die öffnen nehmen und dann geht mal kill für schwere muni und dann kommt das schon ein dritter boss Amen. 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 So wieder da Okay Oh Bist du raus, ja, ne? Ja, ich war auf Nessus Kannst du dich noch wieder erinnern? Okay Ja, dann hat er bloß geschrieben Ja, warte Was hat er geschrieben? Ja Also hat er geschrieben mit dem Mikrofon Aber ich stört dir nicht Ich denke auf jeden Fall für die super Hilfe Dann hat er bloß hier so Gerne, naja, so gut es ging Habt ihr eigentlich etwas von der Botschaft drin bekommen? Ich hoffe, ich habe ihn auch bekommen Habt nur mehr erwartet Weil in Meilenstein etwas von der mächtigen Ausrüstung stand Tja, die haben mich verarscht und abgezogen Äh, ich könnte fast werden, dass du das per Boss gekriegt hast Bestimmt nicht Ich habe eigentlich auch keine mächtige Ausrüstung bekommen Wahrscheinlich ist die mächtige Ausrüstung Die Ausrüstung von dem Typen Aber da brauchst du natürlich Ruf, oder? Ja, ne, du brauchst hier Umso mehr Siege du hast Umso bessere Equipment siehst du Weil wir haben jetzt ja nur 2,5 und 6 Pro gesehen Also steht zumindest bei Reddit Hab ich gerade gelesen Auf jeden Fall für das Clan-Engram Von dem Puff von 9 musst du mindestens 7 Siege haben Für das Clan-Engram Okay Nice, easy Ich meine, wenn du nur so Gegner kriegen würdest wie wir jetzt gerade Dann würdest du ja gehen, ne? Aber das weißt du halt nie Ja Manchmal sind einfach viel zu schwere Gegner Also Ach genau Die mit alle, das ist die Sonsgewehr unbarmherzig Ja Und die, die die Ringe aus dann aktivieren, wenn hier die Gegner platt sind Ja Ja Wir würden alle mit unbarmherzig Sobald es so ein Laden ist, mit dem offenen Boss draufgehen Ja Dann fällt der eigentlich richtig schnell Wobei, also mein Raketenwerfer hat hoher Schaden Ist auch so klar Weil ich würde da eher mit schwingender Wachsamkeit weiter ballern Wegen den Ads Aber kurz vorm Bossfight bei dieser Grabungsstelle kannst du ja zum Sonsgewehr wechseln Ja, stimmt Da kannst du noch ein bisschen schwere Money sammeln Stimmt, den können wir machen Ich verhalte das mit dem Sonsgewehr ganz Den ganzen Strike über Ausgerüstet Weil Ich hab ne gute Pistole Und meine Handvoll Waffe Dann Vereidung Alter Ach komm Oh, danke Oh, danke Oh, danke Zum Glück gibt's Zum Glück hat die Kabale hinten auch noch ein Crit-Spot Ab aufhören zu gucken Wir können weiter Wobei wir eigentlich dann auch Prestige probieren könnten Wenn ihr wollt Danach Ja Wenn wir es schaffen sollten Ja, also ich Können wir machen Ich war dabei Wobei ich da Also Die zwar ein bisschen schwerer aus Aber Mit den 270 Aber Ja Das Problem ist halt Wenn du Sag ich mal Zehn Powerlevel drunter bist Unter der vollen Stufe Machst du 30% weniger Schaden Können wir hier an der Stelle Nicht einfach auch durchrennen? Jein Den oberen Dicken Musst du platt machen Muss man? Oder Kann man Alter Scheiße Darf du mich holen, Paul? Jo Ne Muss man nicht Ich kann weiter Ja, stimmt Loy Okay Die ersten Ringen kommen auch eh erst jetzt Also Kann man da einfach besser durchfahren Dann erst killen, dann die Ringe einsammeln Jo Gott Was ist grad an? Weiß das grad jemand zufällig? Ne Ne Okay Solar Gut Ich hab zwei Solarwaffen Das passt Einer sollte oben bleiben wir in dem Ring Nach und geht noch Das ist kein Schmerz Ich weiß, du kuschelst gerade mit deinem Motherboard Aber weißt du, was zum Thema Energieschild ist? Ich glaube, die waren wegspannst du auch da halten Leere Verdammt Oh Gott Ich kann wieder beliebt werden Na Ich bleibe oben in den Ring Ja Naja, egal Ich kann mich nicht mehr bilden Aufkommen Ah, wenn man stiefen und wird man auch hier oben wieder hingebracht Akkus Oh, verdammt Oh, verdammt Ah, scheiße, ich bin los Sonst stirb einfach, dann kannst du da oben wie spawnen Ah, gut Das ist nicht so gut, wie hier ist das Oh, verdammt Jetzt, natürlich Solar, jetzt wo ich tot bin Na, schon wozu das auch oben Ah, ja noch Du bist oben gut Nicht hier unten Leere Leere Jo, sieht gut aus Wege frei Kannst du die Ringe einsammeln Ja, hab Ich mach hier unten die Ringe Ach nö Ach nö, ich wurde keine Map geschleudert Hm Boah Scheiß auf ihr geht, na, einfach Ringe einsammeln Ja, ich war doch Ja, ich war doch Ja, ich war doch Scheiße Einfach einsammeln Hm Schnell Ich bin ein paar Sekunden wieder da Hä Hä Ey, mir wurde keine neue Zeit angezeigt Ne Ich bin zweimal durch, sogar in verschiedene Richtungen Das ging aber nicht Hä Verstehe ich nicht Warum haben wir keine Zeit bekommen? Keine Ahnung Hm Ähm Wieso haben wir keine Zeit bekommen? Oh, okay, ob man so zu verlegiert und noch leben Nein Ja, aber warum haben wir keine Zeit bekommen? Können den Bugs an Das hab ich auch gelesen Na, ich hab drauf geguckt Wir haben bis 8 Minuten 4 oder 5 Zeit bekommen Dann ging die Zeit immer wieder halt ein Sekundur rein runter Ja, da irgendwie ab 8 Minuten ging die Zeit nicht mehr hoch Hm Keine Ahnung warum Keine Ahnung warum So, mach gleich mal den Fetten da ganz links Ja Ich komm mich erstmal in den ganzen kleinen Gegner Die Voreinander mit zu spawnen Boah Das ist ein Klacks für jemanden der Götter im Herzen der schwarzen Solar Energie, das ist super Wow Was? Wollt ihr da wiederbeleben? Ja Ja Wieso hast du ein Starro nicht? Oh doch War doch Das darf so aus Kein Starro halt erst Oh Fetter down Ist immer noch Solar? Leere Ne Verdammt 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 Ja Ich auch Ich auch Die könnten jetzt weiter rennen Und dafür müssen wir an diesen riesigen Spitzen Nach den Ringen natürlich Ja ich mach nur grad nur die Sniper weg Ich wär jetzt fast weitergerufen weil ich die Ringe vergessen hätte Na dann Ringe Oder Ja Gut Ja Jetzt ging die Zeit hoch Immer noch Seht ihr noch Ringe oder ich seh keine Ringe mehr? Einer hab ich noch Ich hab keine Jupp das war es alle ringe entladen wir haben fünf minuten plus gemacht und noch eine dringende faser ja dieser komischen grabungsstelle lehre einer drunter oder nicht aktiviert du musst den hebel aktivieren dann können wir nicht warten das können wir im grunde hier oben warten und schillen prozent ist das war eine scheißphase ja na komm hau mich jetzt um hier hallo richtiger zeitverschwendung ja wer ist tot gleich weil hier war doch respawn oder auch nicht aber monster ist gleich leer schweiße ich hole dich jetzt mit meiner unsichtbarkeit und weiter geht's uuuh alter bleibt doch nicht stehen oh wir lädten da die waffe nach und wieder gegen die wand ich gehe noch weiter durch jo mach mal vielleicht freut er mir hinterher wäre nett wo er hat es nicht gesprungen obwohl ich drückte ob ich mit was los durch fallschaden naja bin bei der grabung und hier auch was geht man tun wir können bis zu fünf minuten los machen das heißt 13 könnten auf 13 oder zwölf minuten kommen jetzt solltet ihr verwechseln hier gibt es jetzt wieder schwere muni okay so alles klar hoffe geswitcht verdammt so war es übrigens an ja jetzt sollten wir so langsam es müssten wir so langsam die Regen holen von der Zeit her da auf Klassen das wird die Ringe holen oder und von der nachher keine Zeit mehr beim Boss wo ist der erste Ring der bei meiner Reiche wenn du siehst das stimmt nicht wie das wird nein ach man egal das war knapp ich wäre fast vom Bohrer geholt worden Alter ich komm keinen Meter weit diese scheiß Gegner holt euch einfach erstmal nicht bis ich beim Boss bin dann lasst euch einfach hinterher teleportieren ein paar Ringe habe ich bekommen ein paar habe ich nicht bekommen ach wenn du nur 16 reicht aber nein hätte ich ne oh die sind genau im Moment zusammengebrochen wo ich es ein hätte bekommen können ja wo ist die Runde egal also wir müssen auf Solar warten und dann direkt mit der mit der Infusionsgewirr drauf ich aktiviere meine Super ist das Solar aber vergesst nicht wenn der erste Balken weg ist dann ist der Immune und die nächste Fahrsiege durch die Fallen runter ab da nicht mehr schießen so habe ich den Boss aktiviert na komm da schneller reingehen so Arcus hat jemand einen Arcus zuvor nope nicht mehr Dermoklinge also Sonne Solar mach nicht nicht mehr er ist im Mund nicht mehr drauf fließen ja ja nein echt jetzt oh shit was hier fass die unsere Plattform weil wir jetzt unterfallen ich bin eh unten der hat mich runter geschmissen hier fass du die unsere Plattform erwischt aber nö okay Solar ist immer noch an oder ja ne jetzt nicht mehr ja jetzt 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 wechselt die Waffen what ach das habe ich jetzt oh ich habe das nicht gesehen oben ist drauf na scheiße oh ich ich hole euch oh es gibt weiter runter hab beide bekommen na ich habe mich ich habe dich eigentlich geholt ah knapp jetzt brauchen wir auf jeden Fall Solar damit wir den schnell daumen kriegen wir haben noch eine halbe Minute wir brauchen jetzt auf jeden Fall Solar was ist denn grad an weiß das jemand ne ich aktiviere es einfach ist mir jetzt egal Solar 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 ich habe meinen Bogen verfehlt ich habe meinen Bogen verfehlt scheiße ich treffe nicht schnell noch bitte noch bitte noch bitte ah nein vier Minuten Mist scheiße oh jei loi es war knapp es war richtig knapp ja es war zu knapp sieben Sekunden schade hm kann ich einmal erholen nö hihihi hätte ich mit meinem Bogen nicht verfehlt hätten wir es vielleicht geschafft ja oder ich will meine Ulti weil der Typ ist so scheiß schnell da ist mein Solar mein 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 Ulti zu langsam dafür warum aktivierst du die Solar super das Fusionsgewähr macht mehr Schaden nein garantiert nicht aber bei weitem nicht jedenfalls macht das Fusionsgewähr mehr Schaden pro Sekunde was halt dadurch stärker ist als die Super ja ich hatte drei Schuss was ich das ja nur drauf geballert habe achso wenn du nur drei Schuss hast dann ist das natürlich scheiße ja ich hatte keinen Drop von hier schwerer na verdammt na ich lass das aber von Anfang an jetzt die Waffe drin aber passt das die ich da jetzt ab hätte ich hm aber bei der bei der Grabenstelle ich bin durch einen Ring gesprungen während die zerstört wurden während die in der Sekunde nicht gestört wurden hätte ich noch 30 Sekunden plus bekommen wir hätten den Boss in der Zeit geschafft ok ok ja gut Pech dann halt nur weil die genau in der Sekunde kaputt gegangen sind soll ich hier auf Leere gehen oder auf Sturmbeschwörer Sturm dann eher ne dann haben wir Arcus Sturm damit kannst du schnell die Ads wegclearen wenn Arcus da ist dann geht es noch schneller weil wir halt schon die kleinen weg haben ja das passt durch den Bogen machen wir halt mehr Schaden auf den Boss ja gut bin auf Sturm vielleicht sollte einer auf Nova Bombe gehen weil wenn wenn äh leere an ist und dann eine Nova Bombe auf den Boss fliegt macht auch gut Schaden einer Sturm einer Nova ja ja machst du das Paul oder was willst dir lieber also Dämmerklinge wat ne ne äh weil das Solar haben wir ja mittels den Fusionsgewerden ja genau und ich bin jetzt gerade auf Sturm ich kann aber auch Nova machen das ist mir egal einer von euch beiden auf Nova gehen und einer von euch beiden auf Sturm dann bleiben wir durch Sturm gut wenn Arcus an ist kann der Sturmbespieler gut die kleinen weg machen wenn leerer an ist kann man gut mit No Bombe auf den Boss gehen wenn es ein Laden ist dann werden eh Fusionsgewehre gespammt so alle klar so alle klar so alle klar wo solche Verlucht werden nochmal Schaden machen so jetzt aber easy und bei dem einen einfach durchrennen ganz am Anfang und dann direkt durch das Sprung teil so 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 hier Wir können höchst... Nein, du musst den Wax Minotaur killen, dass du die Säule hacken kannst, dass du überhaupt rüberkommst, über die Plattform. Ich bin eben nach der Säule, die Stringlinger. Ja, wenn du es überlebst. Lass sofort durch und nicht den Gro... Ja. Mit Sicherheit. Ich kann mich auch für die Sekunde, wo ich vorbeiläufe und sie werden machen. Wie ist das jetzt bei euch? Aber hier ist ein Event. Wir haben keine Zeit dafür. Was für ein schmucker Glimmerbohrer. Und einer sagt halt eigentlich immer an, sagen wir es gerade anders. Ja, das kann ich nicht machen. 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 So, nice. Hack es an. Boah, das sind wir auch schon ein bisschen schneller gewesen als gerade. Ja. Fand ich gut, dass das gleich mit Leere angefangen hat und ich gleich mal eine Granate hingeschmissen habe. Ist ja Leere. Ja, ich auch. Ich hab bei den Bogen ist auch Leere. Jo. Aber selbst wenn nur ich durchkomme und ihr sterben solltet, ihr werdet ja hinterher gespawnt. Zola? Und die echte ein Dex Wasserfall. Milch, hier aus, wächst mit. Ok. So la. Bin durch. ich glaube alles relativ gute abstände zum durchlaufen war gerade ideal dass sie immer noch hier max hinterher geschossen haben sie mich mehr oder weniger in ruhe gelassen ja das ist ja kann sie das ja merken den abstand ungefähr 20 meter 30 oder was sollte sein so was ist immer noch volar da müsste eigentlich hast du stimmenschwerer bereit ja stimmenschwerer mit bei akkus ist gerade abend ich habe oben beim teil ich glaube sie wollen die ordentliche einschmecken gehen noch schnell zu hinten zurück ok so Lars an mein scheiß ich bin gut egal dann bleib du oben ich gehe runter noch ein bogen in die meute rein da macht dann die schneider tors wenn ich es dann das wären einsame lehrer u gegen die erste kram weitergehen aber ja ringer eine sollte unten wo noch die kapal geht lassen die ringe einsammeln durch den ring da oben übersehen ganz oben wollen auch noch einer ja aber wenn ich den genommen hätte der heruntergefallen also auch jetzt können wir weiter ja locker eigentlich ich glaube wir vorher die fetten da auseinander klatscht oben drauf die sniper wegballern weil die james ziel ist ich nehme mir wieder mal linken da die linken fetten ich gehe auf die kleinen als die vorne ausbord mit meinem bogen damit die schon mal weg sind lehrer nun durch und fahr schon mal ja Aber theoretisch ist der eigentlich vom Prinzip her auf Prestige gut möglich. Ja. Im Grunde schon. Ist Prestige nur die Zelle oder ist da noch was anderes? Prestige ist einfach nur auf dem höheren Lichtlevel. Ja. Was? Was haben wir denn jetzt zerrissen? Splinter-Dranaten-Zünder. Was? Okay. Wow. Ah, mein Energy ist leer. Wieder mit dem Dich weit. Geht schneller. Ja. Ich muss nur noch warten. Noch nicht. Ey, ist meiner. Ist jetzt auch egal. Was ist eigentlich gerade an? Ich habe mich drauf geachtet. Ja. Ja gut. Weg ist er. Hol mich in fünf Sekunden. Please. Kannst du dich wiederbeleben? Sind die Sphären für mich überhaupt gesp... Oh, keine Sphären für mich, weil ich tot war. Jetzt ist meine Super weg. Toll. Der wird gesagt, meiner. Akos, du kannst Sturmbusspürra machen und alles wegboxen. Nee, bist du nicht aufgeladen. Uuuh. Okay. Oh, verdammt. Hm. Ich kann wiederbelebt werden. Oh, echt jetzt? Ah, nee, oder? Solar. Gut, das ist super Solar. Ja. Hab ihn tot. Weißt du, Kate steckt in den zweiten Boss. Nice. Gut. Hat jemand oben den Sniper geholt? Ja, der hat den Rischkult. Gut, dann Ringe. Ich gehe den ersten aktivieren. Jo. Leere. Du bist ebenso deprimierend wie nutzlos. Boah. Boah. Hi. Nice. Elf Minuten Akos. Hier können wir eigentlich auch durchrennen. Ich würde ja. Aber diese Hülle hat keine Arme. ich gehe runter und aktiviere ihr könnt oben bleiben ich bin nicht durchgekommen von der architekten natürlich auf jeden fall einer von euch beiden kann schon mal runter gehen aktivieren während ich ich mache schon aktiviert hoffe ich jedenfalls aktiviert es geht nicht die zu beleben das ist eigentlich egal ob wir wieder leben oder nicht will ich doch und sterben lehre ja plus dann noch die borer ja die borer beim tod ja scheiß marodeure nein na gut beschreibung ist auch super man muss einfach tanzen als wäre man ganz allein es gibt auch im tanz da steht das beschreibung ja irgendwas mit der tanz würde kate 6 gefallen naja ok soll ich die runde ich auch ich glaube das passt so oder willkommen die haben mich richtig mies geholt eben sprungen pet haben mich noch geholt kurz und vorstellt gesprungen einfach durch rennen scheiß das gegner auch bei der stelle hier macht es richtig einfach durch rennen dein links da hoch ist der reifere gewissen und das bad ich bin hier nein im ernst ach komm lehre lehre ist an hol einfach die gegner ich gehöre nicht um jörg ich hole ihn mir ich bin gleich da ach stimmt da lang nach kacke ja so ist auch wieder gesehen wo oder ich habe gerade gemacht mich geht noch und kommst du jetzt zurück akkus kannst du mit der stumme schockieren ja wird gibt mir noch es durfte ich in bohr reinspringen wir haben schon die ringe aktiviert ich nicht ja ich war ich war gar nicht erst hier nur gleich aktiviert das volks hat der scheiß auf die gegner ja ich habe gesagt wie geht es klicken wir warten jetzt warum sollte er auch sein warum sollte er auch sein stumbeschwörer aktivieren die geht zu klären naja gar zehn minuten und wenn wir jetzt durchrennen dieses müsste eigentlich für den boss reichen fünf minuten gerade waren wir bei sieben als beim boss angekommen sind oder ja ich kann nur ja 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 wow ok lehren durch wartet einfach wartet einfach und brauchen wir neu wow ich will irgendwie immer der da durchrennen und alle anderen sterben ja du bist ja auch ein jäger ja ist ein jäger auf einmal gut hm zum rennen ja 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 gut ich hab C-Mobilität ja was ist grad an? weiß das jemand zufällig? ok, Akos mit unten? jo, man sieht's, weil wir kriegen da eine Nadeschweden hehehehe man, 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 das dauert wieder Leute, H4 ist einfach hier runter gefahren und dann voll in den Tod rein hat sich grad wirkt umgebracht nice das sind nur die besten auf ihn ich bin da runter gesprungen schöne Sache schöne Sache so da nicht mehr schießen nicht mehr schießen ich hab auch sechs Schuss von mein Fusionsgewehr ja ja ja, Dito aber wir haben sehr viel Schaden gemacht, mehr als man eigentlich in der ersten Phase macht leere leere immer noch immun, die Karte war unnötig jetzt kann man Schaden machen ja ich hab auch den Feuerboden auf äh, ich bin da sein Waffen wechseln es wechselt die Waffen schwer aufgesprochen es geht weiter richtig noch ne, sorry konnte ich jetzt nicht machen achos achos oh, hier die schwere Muni, das ist schön wo ist der Boss na, wo ist der Boss da äh, ich wacke auf Solar auf jeden Fall auf Solar warten dann auf jeden Fall mit dem Fusionsgewehr drauf und dann wollen wir auch Bogen und so lange auch schon ein bisschen Schaden machen Solar Solar ja, schwächt worden Bogen ist drauf ah, fuck ah mein Muni, nein er ist tot nice Brandenkönig geil freut mich ja auch irgendjemand wieder, oder? nein, nein einfach machen wir nicht oh, breitst du in Graben aus der Kiste nur Kaka ja, genau ja, los, wir sind fertig, ne? die Quester ja ja ich hab auch ein schönes X-Men Cup bekommen oh 2,95 Rattenkönig oh 2,84 in meinem Fall nice haha hm, schöne Sache ich bin jetzt auf Lichtlevel 2,84 nice aber ihr habt gesehen, wie viel Schadenfusionsgewehr gemacht hat, oder? ich bin mal kurz zum Turm dachte Prestige was willst du denn beim Turmen? ja, aber ja, extra in Grammen 3 legendäre in Gramme kannst du danach immer noch und du bist jetzt sofort mir egal ja, jetzt sofort, dann zeig ich ja noch eine gute Waffe aus dem X-Men Cup hm hmm hm 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 kann ich meine dinge arbeiten schlüssel lassen ich finde gut wie hoch die waffe wird das ist auch super ist es war uns verbiert wird nach der dreht nach und kill kann man direkt um sich und trägt unsichtbar und hat mehr schaden wenn man näher vom anderen ratten kürzlich besitzer ist schöne sache schöne sache ich hab 19 v-token dadurch kann man auch gut v-token farben ja das ja ja auf jeden fall mit 2860 würde ich 47 prozent weniger schaden machen im boss und ich bin jetzt 284 ja hundert prozent ganz normal ok cool ich habe übrigens übersehen ich habe ich habe ein v-token aber so hin schnellspurtransport bitte oh ne bleibe ich lieber bei meinem exo ich geh jetzt erstmal auf mein v-token leveln du hast überlebt als andere vielen dass er dich und die gefallen geil krone der stürme was ist das denn der helm für warlock den brüch der sturm beschwerer akkus fähigkeit kürzer in die nachladerade deine akkus fähigkeiten ach du hast grad ein exo aus dem rufpaket bekommen ja 282 ich habe ein 277er automatik gewehr was mir nichts bringt ja ich brauche einen direkt von der frage äh das kann weg ja klar da braucht sich jeder mit dem schnitz äh mit dem schnitz mit dem schnitz hm naja nice schwarzer skorpion was ist das für eine waffe ich stehe zu dienst du rufst du bringst du alle gar nichts mehr doch ich bekomme jetzt 27 zyker stuff aus dem rufpaket noch und nicht mehr 265 hä wie denn das ich sagen wir sind ja auch seit ich muss ihre opfer hier ich kann doch um die hoch dass wir müssen wir sind 266er auch schon der dritte reif heute auch mann ich krieg nichts gutes so extra 1 gramm erst mal die linge in der mann kammer und ach du witzig fahrer schon wir haben schon ich habe die exo haben wir schon ich habe schon insgesamt drei exos doppelt gezogen ich habe schon ich habe schon eine exo drei mal bekommen einzelne kleider ein exo ja aber wieso kriegt ihr jetzt dann so hohe levels weil ich glaube ich habe vor 265 ja nur obwohl ich vor 265 habe ich habe 2 80er schuhe bekommen welcher code ist das elementärer 2 87er handschuhe oh was ist das coole nezarex hünde wieder ein exotic leckst du im arsch lehre schaden küsse in die nachladerate von fähigkeiten energie soll ich da jetzt immer noch auf lehre bleiben weil wenn dann würde ich den nehmen den helmen ja kannst du wechseln das mit lehre war es halt nur gut für den boss ach so wir machen ja jetzt eh wir machen ja das ding hier ne na hier nachsagen sie doch äh das tief oder genau ja also dass wir jetzt eh ein bisschen mehr schaden machen durch daten kürt unglücklicherweise bringt uns der sieg über die rot legion nicht die aber das ist bestimmt schwer hm ich könnte ein impulsgewehr und eins glaube für das haben die welt ändert sich du musst vorbereitet sein und dich anpassen können was denn hier sind voller sturm schwerer was was wir sind voller sturm schwerer oder für die erz auf jeden fall wenn akkus anders und für den boss wieder aus fusionsgewehr das mysterium ist ja gerade das aber er ist ja eh aus strom oder das ist eigentlich schwachsinn wenn ich auch eine mache oder ne bleib ich auch leere gut also den ja im grunde ist es egal wir müssen einfach nur extrem hoffen dass wir es schaffen ich muss zugeben ich bin neugierig klar easy ja ich habe noch ein dabei wir leben in gefährlichen zeiten hüter ich hoffe du hast etwas für mich dass dir etwas sicherheit gewähren kann ich wäre soweit ich müsste nur noch kurz auf ja ich ja ich gehe auch schnell tja und natürlich schon mal dahin wenn er dafür ja noch mal ganz kurz ab ja ja dann mal bis gleich ne ja 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 Und da bin ich wieder. Und da bin ich wieder. Und da bin ich wieder. Also, mir ist so kalt. Oh, meine Deckel. Stell die Heizung an. Ah, mein Monster ist leer. Das ist kacke. Was ist leer? Ein Monster. Oh, auch ein Monster-Tranker? Ja. Welcher war Monster? Was ist das dein Lieblingsmonster? Kommt drauf an. Also, wenn ich es lange nicht mal getrunken habe, das Grüne aber wechselt immer. Na, ich finde den Grünen nun am besten. Aber ich finde den Tee, also den Rehab auch richtig nice. Ja, ich finde noch das Punch geil. Und... Na, ich finde das neue Lewis Hamilton da. Ich habe es noch nicht probiert. Wie ist der so? Wie soll man es beschreiben? Wie ein Monster. Koffeina. Das schmeckt auf jeden Fall. Okay. Ich werde noch nicht probiert den neuen da. Also, ich kann es nicht vorteilen. Aber ich finde den normalen, originalen Grünen am besten. Ich habe schon mal Ultra-Citrus getrunken. Ja, das finde ich, das schmeckt halt wie Spoid. Ich finde, der schmeckt so geil nach Zitrone. Ich finde es extrem nice. Ja. Der Ultra-White, der geht auch noch, aber den gelben finde ich nicht besser. Also vom Licht Level wird es kritisch, der Prestige-Modus auf Level 300 ist. Oh ja. Ja. Ja, wir können es ja nur versuchen. Ist mal dort. Ja, das könnte trotzdem kritisch werden. Ich denke jeden Schadenstypen ab. Leere durch meine Fähigkeit, Feuer durch meine Sekundär und Akkus durch meine Schwere. Schon wieder da. Ja. Ich könnte auch hartes Licht nehmen und dann immer Element durchsprischen. Also, ich bleibe jetzt auf Stummisch. Äh, Quatsch. Auf Leere oder was? Ja. Mir ist das eigentlich egal. Ja, probier mal. Da überlebe ich einen Tick länger, wenn ich auf Leere bin. Da geht aber schon. Genau, wenn Leere aktiv ist, kannst du es auch gut auf den Boss machen. Ja. Ja. So, dann. Nicht normal. Prestige. Na denn? Diese Erhöhung von 60 Lichtleveln. Na. Equipment gesperrt. Ach, das kommt auch noch dazu. Ja. Habe ich gerade gesehen. Ja. Oh nein. Ich kenne mich zum Versionsbrief wechseln. Nur, ich habe es von Anfang an drin. Nur, ich bin gerade der, der wenigste Schaden macht hier. Ich auch nicht. Weil ich die Rappenkönig ausrüstet habe, weil das halt auf 2,95 ist das Teil. Ich wollte eigentlich kurz zum Versionsbrief wechseln, das geht auch nicht mehr. Nö. Das wusste ich nicht, dass es auf Ausrüstung gesperrt wird. Das wusste ich nicht. Hält ich jetzt voll groß, hätte ich dauerhaft das Versionsbrief genommen. Naja, ich habe das Paketenweffer. Geht auch. Ja. Hoffentlich. Aber, du hast es nicht in Rappenkönig ausgerüstet. Das ist natürlich ein bisschen schade, dass wir jetzt keinen extra Bonusschaden dadurch bekommen. Nö. Ich gehe nicht mit der Pistel rum hier. Auf Prestige. Ja gut, jetzt ist es nur mit meiner besten Position her. Wieso, ich mache 47% weniger Schaden. Na. Da, äh. Ich kann es mir nicht leisten, hier daneben zu ballern. Wow. Und mit der Pistole würde ich gut schaden. Vor allem, die Pistole macht dich unsichtbar. Ja, dann könntest du mal wiederbeleben. Ja, wenn ich nicht Kartoffer wäre. Ja, magst du was? Ja, ne. Ist halt nicht Level 300. Ein bisschen schwerer als der normale. Achus? Na, ich mache halt grundsätzlich 47% weniger Schaden. Weil ich habe das Lichtlevel nicht. Na, ich brauche Level. Na, aber es geht. Es wird auch ein bisschen Druck raus. Ja. Wir sind jetzt schon mal 5 Minuten 30. Ja. Ja. Hat einfach an weniger Zeit? Ja. Ich glaube, es ist 7 mal. Auf wie viel war? Ich weiß gar nicht. War normal auf 11. Ne, 7 glaube ich war es. Oder siebeneinhalb, irgendwie so hat. Das sind 4 Minuten weniger. Holy shit. Oh, das sieht aus wie ein Wechsmilchwasser. Das wäre. Können wir kurz anhalten und... Oh. Ich war unsichbar. Wieder gefallen. Hm. Renn durch. Die kostet sich gerade fast. Also nur auf meine Leiche. Ich bin fast down. Jetzt nicht mehr. Ne. Wow. Das ist schwer auf Prestige. Ne. Ich glaube, das wird nichts mit dem Fall. Ne. Das kannst du vergessen. Da bin ich viel zu low. Da müssen wir echt... Dann müssen wir hier beide auf dem Fall höher sein. Ich bin auch ein bisschen höher sein. 2,80 ist machbar. Also ab. Also ab nächster Woche kann ich halt erst hoch. Weil anders kann man ja nicht wirklich mehr. Ja. Die Top. Ja. Wow. Alter. Die One hinten durch die Sniper. Ich bin nur noch wo ich unsichbar bin. Ja. Dann lass ich mal das jetzt sein, oder? Ja. Das ist der Dicke. Der jetzt gelb ist. Aber der kann mich doch... Der kann mich doch nicht sehen mit unsichbar bin. Doch. Wo der es macht. Wieso das denn? So. Zumindest der Modern Tryhardt gesagt. Unsichbar machen bringt nix. Das ist doch voll kacke. Oh. Deswegen hat er ja nämlich gesagt. Hier, weil er nämlich die Frage abgekriegt hat. Deswegen hat er gesagt. Deswegen spielt er Titan. Weil er ein Schild hat. Weil das geht. Ja. Ich will ihn da mal holen jetzt. Obwohl er springt durch. Dann werde ich wie spawnend bei euch. Versuchen wir das nächste Woche. Ja. Dann kann ich meinen anderen zwei Dinger hochspunnen. da müsste ich auch schon durch haben und ein bisschen bei dir das ist häufig also ab 280 ist es machbar wisst ihr beide noch ein bisschen hoch ja ich auf jeden fall ich habe niemals 270 naja ab nächster wo gibt es dann wieder die neuen dinger aber davor ich muss echt sagen die rappenkönig ist saugeil design wow alter ich bin echt one hit bei den snipern bämm nur untergelegt wir sollten jetzt direkt die ringer aktivieren und schaffnet zeitlich nicht ich weiß du kuschelst gerade mit einem ich gehe da so unter bei den dingern ja 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 gut ist doch mal gesehen weil ich kann es ja vorher auch nicht vorstellen dass in einer mit einem teilen alleine durch und hat trotzdem noch zwei minuten restzeit 303 ja was wir nicht haben der hat der seh so krass war weil das ist ja schon so krass auf der typ ich muss noch mal angucken ja bloß ich habe der kommentiert arbeitsgut und so weiter schlecht ist ja nicht ja aber auch jetzt echt naja also kann ich hätte die europäische nicht noch ja gibt das einfach eine verschwärmung hat hier weiter zu machen ok moment hallo hör auf zu laden wie komme ich denn da zurück zum orbit alles klar oder geist ausrüsten und dann wow hat dann sage ich bis zum nächsten mal ja bis nächste woche war ja ich werde in den stream denke ich mal öfters nochmal reingucken aber nächste woche dann gucken ja ich meine aber ich habe jetzt auch so an sich nichts mehr außer schwärzige herausforderungen auf paket halt also auf den arsch und halt die raid wer wir auch nicht mehr mit meinem warlock ja dann schöne nacht noch ja dann gleichfalls gut dann mache ich es jetzt auch so weil er nämlich bei titan hoch dass ich mal zwei charaktere habe wo ich dann immer noch gerade in solchen situationen wie jetzt ne ja switchen könnt ihr und auch wieder level also ich bin es noch froh dass ich die rattenkönig habe und das auf 295 stimmt warte mal ich könnte ich habe ja über 265 ich könnte eigentlich die mida questline machen ich würde dir auch helfen ja das können wir eigentlich machen ich guck nur grad mal ja gut für die sturmfeld wir noch hier diese zehnmächtigen gefallenen mit drang töten ja das ist nicht schwer du musst aber auch messen machen ja ich weiß äh genau das passt eigentlich ich habe ein problem irgendwie weil ich möchte meine raketen einfach benutzen aber wenn ich mein schwert benutze bin ich zwei lichtlevel höher aber es ist halt ein schwert wo ich in der nahkampf müsste ja und ich hasse schwert ich würde das schwert ich würde das schwert so gerne meine raketen ja verinfodieren damit ich zwei lichtlevel höher bin aber das geht ja leider nicht stimmt äh das war doch die vergrößerten questline ne auf der erde auf der erde ja passt also wenn ich dir helfen soll müsstest du uns nur einladen äh geht es dir jetzt noch ne scheiße geht nicht wenn du da nicht online bist dann kann ich die einfach nachschauen achso ja warte das hallo wollte gerade sagen das lässt sich relativ schnell weh mach es aber nicht auf wenn es soll warte 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 jetzt ja ja das vergesse ich immer ganz gerne das Ding auf online zu schalten na ich weiß da bist du oh ich bin grad einflug erde na das ist mir eigentlich nachschauen ja warte na komm ja jetzt eigentlich theoretisch nur noch im ladestream von der erde shit was zu trinken vergessen fuck du hast ja was vergessen ich finde das ende der quest ein bisschen abfuckend da kommt ein verter servitor der sich darüber oft wegportet oder du töten musst hä hä okay ein bisschen nervig das kann ich jetzt so einfach nur sagen Äh... Sind euch beiden irgendwelche seltsamen Gefallenen in der Nähe aufgefallen? Ich schwöre, ich habe leuchtende, vierarmige Kreaturen gesehen. Wir alle haben viel durchgebracht. Aber jetzt labert er aus. Alter, das Länge dauert, okay? Neues Ziel. In mir ist das erste. Gute Neuigkeiten, der Grimm. Du hast dir das nicht eingebildet. Diese Gefallenen sind anders. Ein normaler Enderprobe. Okay. Wollen wir das Event noch mitmachen? Das, was ich gerade getriggert habe, oder was? Können wir machen. Aber ich spürte auch nichts dagegen. Okay. Muss ja eh noch hier diese zwei Ätherproben haben. Na, vor den leuchtenden Dingern hier. Welche zwei Ätherproben? Leuchten die Gefallene? Wieso? Ist doch schon weiter. Ja, jetzt ja. Alter, die Quest hier braucht ja ewig, bis sie sie aktualisiert. Wow. Mal sehen, ob ich hier irgendetwas orten kann. Oh, scheiß drauf. Mach die Quest da, ist fertig. Die Events bringen mir größer als eh nichts mehr. Vielleicht ein Exo in Graben. Ja, wow. Wie viel Exos denn noch? Nein, nein. XP für Glotten in Graben. Ja. Loot. Diese Energiebarrieren dämpfen unsere Kommunikation. Was auch immer wir hier unten sind. Wow, das ist aber geil gemacht hier. Mit den Barrieren. Ja. Ja, das ist aber das einzige eigentlich noch, was ich machen könnte. Okay, was wir dann was bringt. Weil die sind halt auch vom Rang her höher, wie mein jetziges. Ja. Und die Mida ist auch in XP für extrem stark. Ja. Okay, extrem stark unterdrieben. Das ist ein Biest. Ja, die imitierische Pizza schon beim Einsatzort. Aber generell die Mida-Dinger. Egal welche. Wobei, da nur das Multitool, aber ist ja egal. Äh. Braucht ihr euch Hilfe, oder kann ich das hier denn nicht machen? Also ich klatschiere gerade die Gegner mit den Leerebobbeln um. Kein Wunder, dass wir die Quelle nicht finden können. Kein Wunder, dass wir die Quelle nicht finden können. Kein Glück. Würsten Sie da unten verloren haben? Na, bleib stehen. Also bei dem Event könntest du sogar noch mitmachen, wenn du es hier rechts haltig hin schaffst. Das bitteln nämlich jetzt erst. Ja. So. Bin gerade bei dem Kraftfeld deaktivieren. Ach so, das? Wo du drei Kraftfelder deaktivieren musst? Leute, jetzt ist ein Kabalgerät zu stören. Huuu, fast wieder eine Explosion verreckt. Shit. Ah, die Quelle handelt sich eh gut. Da fährt die nicht mal meine Scoutgeber jetzt so schrotten, weil das darf mir je, dass ich da ja 20.000 von diesen Dingen hab mittlerweile. Gut. Zurück zur Kirche. Alles klar. Ich komm wieder. Oder nicht, woran ist noch mal da. Hä, die mit der U-Bahn-Stationen geil. Ich muss echt auch hier sagen, dass die Zweige gefällt mir nach wie vor, aber ich bin besser wie der Einser. Mir auch. Und das Einzige, aber sicher, Teil ist schade, finde ich hier gerade die Exotics, dass du die hier nachgeschmissen kriegst. War auch ein Teil 1, aber mir jedenfalls. Hm. Gut, dazu sage ich jetzt auch mal nix. Naja, nicht alle. Vielleicht Bindeln hat ein bisschen gedauert. Weil er ist ja mit dem Zeitlimit und dem Bosskillen. Sachen packen, was. Ja. Und wir machen es ja auch schon viel ruhig, oder? Ja, ne? Ja. Gut. Ich will jetzt noch einen Teil und noch ein Ding zu sterben. Ich will jetzt auch mal nix. Und dann würde ich noch ein bisschen schade. Das ist doch ein bisschen schade. Ja. Ich will ja auch mal nix. Ja. Das ist hier. Ich will ja auch nix. Das ist schon für den Kopfkillen. Halte sie fern, ich telekotiere ihn Hohohoho, Alter Was die Kombo, geil Ja, naja, da hier Geht das Ding hier echt übelst runter, aber vorher hier Ne Das Level-Design sieht schon klasse aus Ja, ja, ja Das auf jeden Fall Ja, du zockst ja nur auf PC, oder? Hier, Papa Schumpf Wow, okay Hier ist noch eine Kiste Äh, wo bist du da? Jupp So, warte mal, wo ist denn jetzt die Quest hier? Ah, schade Schöne Sache Kaufst du lieber auf PS4? Hab ich gehört, da zocken coolere Leute Mit der Wremme Na dann, höp Inzwischen kriege ich alles auf 277 Natürlich von den Geruchpaketen und von den ganzen Sachen Ja, wie du das hingeregt hast, weiß ich gar nicht, ne? Das muss ja mit dem Power-Level zusammenhängen, schätze ich mal, ne? Das ist wahrscheinlich Ich kriege sogar blaue Sachen auf 277 Du wirst mich doch nicht alleine lassen, hm? Dankeschön, die Kiste Nee, 62, genau wie vor Na, ich kriege überall auf 277 Aber ich bin auch inzwischen mit allem so 277 Also, sonst ist ich Also, brauche ich es nicht mehr Ja, gut, ich kriege auch wieder aufs Lächel raus Ich brauche es nur noch mal Okay, nur auf 277 Vielleicht Aber wenn du mal kurz zu mir kommst Dann Ja, noch Kiste Ja Na, ich kriege ich Überall nur zu 506 Ja, ich kriege ich ja nicht So, wo ist da die Kiste? So, so, ja So, so Na Dat is so Oder Maxi, ne? Auf PS4 Zocken coolere Leute wie PC Oh, man Genau, kurz meine ganzen Sachen wegbringen Also, ich kann tauken Dann helfe ich dir bei der Quest Oh, das heißt, Differenzial Diagnose Oh, ich rufe Level ab Ja, 277 Statt auch schon Bei der Gramm 277 Sachen Okay Ja, hätte ich spontan nichts dagegen Wenn es bei mir auch so wäre Aber nö Ich habe einen coolen Helm bekommen Obwohl, ich hätte die Maske Optima ist cooler Aber wo gehst du denn jetzt hier fest? Äh, die naheliegende Barriere unter die Lupe nehmen Okay Ich komme Ach ja Ich erinnere mich Ah Der Master Chief hier Hm, Master Chief wo? Ich dachte, hey, du koste doch für Xbox Na, der Captain halt So Abstand Sprengstoff Nice Zwar kein Schlüsselcode Aber Sprengstoff verlete ich das auch Hä? Ich kann hier sogar passieren Hä? Du musst draufschießen Auf den Sprengstoff Ah Ah Oh, die Radkönig ist echt eine starke Waffe Hätte ich nicht so erwartet Das ist aber echt schade Dass hier die Kills nicht zählen würden Vertragen Naja, ich nur auf Nexus soll Ja Ist ja auch die Nexus bezogene Fest Also Ja, warum soll das auf anderen Planeten funktionieren Weiß ich nicht Also Oh, Legendary Ich hatte schon zweimal auf dem Lenden Den Kram Was ist Hotschutz Und das geht auch wieder Na, blau Ah ja Ah ja Oh, jetzt geht's ab Huuu Oh Gott, der Reim Als sehr fix So Ja, so geht's auch Wow Okay Ja, so geht's ein bisschen schneller Wurde ich mal an Hahahaha Ein bisschen schneller Ach ja Ist ja auch zerstörend Alter Ist doch schön gewesen Ja Ein paar explosive Gepos zerstören Ja, dann selbst Ich hoffe ja Ich hoffe ja Ich hoffe ja Ich hoffe ja Für die PC-Zocker Ja, dass es hier Nicht Buggy sein wird Es gibt auf jeden Fall Ein paar Probleme Mit Äh 2 Weil Gerade hat Ich Wage Ein bisschen Was gemacht hat Äh Zwei Aus dem Trupp Hatten einfach Die Äh Den Meilenstein Nicht Okay Wir konnten Trotteln auch Nicht spielen Trotteln auch Nein Das war überhaupt Nicht spielen Das war Aber nur die Titans Alle Jäger Hatten Den Meilenstein Nur die Titans Nicht Ja Die sind eh Europowered Was schon Äh Ach da Aber echt Geile Geile Questlanier Ja Ich war aber auch die Höchste Vom Lichtlevel Her Hö Alter Alter Ist doch mal Arschlo Heidi Ich frage lieber Aber Als große Dir bringt Das ist nichts mehr Die Quest hier Oder Außer Drops Vielleicht Ich war D Für Glanzengraben War mehr Nicht Hm Aber was soll ich Sonst machen Das alles was man Jäger noch machen kann Wäre Dämmerung Ich meine Da wäre Wade Ja Wechsel halt Auf den Zwing Ja Habe ich auch Kein Bock drauf Okay Aber das werde ich Ja dann Sicher selber machen Dass hier Da Jäger Beziehungsweise Titan Ander Mit Hoch Bomb Naja Versorgung Im Raid Dass ich Ja dann So Not Dreimal Gehen Könnt Wobei Ja Echt brutal Viele Leute Von Endboss Suchen Von dem Habe ich Ich Schnell Weil Im Normaler Häuser Der Endboss Fight Zwischen 15 Und 20 Minuten Dauert Dann War es Dann Zumindest Sind keiner Verkackt Munde Haha Direkt wieder Boom Voll Wow, sie... Alter, au! Was? Ich denke, eliminiert. Das passiert oft. Oh, nice. Oh, 72er-Sniper. Was? Schnipper. Voll geil. Ist halt ein Spaß. Nee, nee. Ich meine, es ist auch nicht schlecht, aber so toll ist es auch nicht. Außer... Da wurde es wieder hier... Diese... Wie heißt sie? Nochmal. Deck Spindle? Genau. Die wird es wieder geben. Die war geil. Ja, die... Die war wirklich super. Vor allem für Raid Boss Fights. Ja, genau. Oder Strikes geht auch. Also halt alle, wo es so fette Gegner halt hat. Wo du einfach nicht nachladen musst. Ja. Das war super. Au. Ich gehe nochmal kurz zu Deathrim. Ja. Ich müsste gleich mal bei so einem irgendwie da 2,77er Loot aufstauben. Oder auch nicht, weil ich nur einen Token habe. Das bin ja. Achso, die labern ja gar nicht, Leute. Die Tür ist offen, ich schneide es nicht. Na dann. Dacht, die labern doch wieder irgendwas? Und da hat Kora darum gebeten, ihren Platz einzunehmen. Irgendwas von wegen mehr Wissen über den gefallenen Kram. Und zwar die Eta-Verteilung zwischen Servitoren und Kells. Die Konsequenzen, wenn diese Versorgung eingestellt wird. Die Unterschiede zwischen einem Archon-Priester und einem Captain. Ich weiß jetzt nicht, was du was, aber ich falle mir nicht ins der O rein. Ich kriege gerade die Fuzzis. Wir haben einen Archon-Priester und er leuchtet. Dann gibt es immer noch reinen Äther. Eliminiert ihn schnell. Fuck. Alter, Port hier, Port da. Oh, ich bin schon zu weit gelaufen. Gut. Ich bin schon zu weit gelaufen, ich bin schon zu weit gelaufen. Ich bin schon zu weit gelaufen, ich bin schon zu weit gelaufen. Ich bin schon zu weit gelaufen, ich bin schon zu weit gelaufen. Alles klar, war aber schlumpf. Zähne dir. Schlaf schön gut. Was könnte ich denn in Servitor? Okay. Dafür brauchst du Platz. Ha. Na, also bisher ist das Ding ja nicht schwierig. Ich hatte es halt auf 2,40 gemacht und da war es relativ schwer. Da stimmt ja wohl, ja. Oh, oh. Ach ja, das ist schon die letzte Mission. Sobald ich war es. Jo, was war es da? Servitor halt, Ködern. Das hat sich auch dauerhaft wegzieleproziert. Ja. Haben wir ja gerade schon Übungen hier durch hier den... ...einen Typ wieder. Hä? Ah. Du musst wohl aktivieren. Schon gemacht. Okay. Zerstöre den so wieder. Wow. Hi. Genau das Ding. Hey, das Teleportiert sich halt dauerhaft weg. Was ist denn da für das? Und das Solo. Hey, nach dem Death Trooper. Alles Gute zum Geburtstag, wa? Hehehe. War ja heute, oder? Aber ich sehe das jetzt nie, ne? Ach, wow. Ich habe mehrere gefallenen Schiffe auf dem Radar. Die werden wir nicht ohne einen Kampf los. Aber wir werden sie los. Ha! Nice. Da war ich ja doch noch pünktlich. Ja, coole Sache. Hehehe. Ja, ja. Und wieder ein Jahr, Alter. Ah. Alles wieder Rattenkönig war trotzdem eine geile Aktion hier. Mit den fünf Minuten und so. So war ich gar nicht richtig öfters kommen, ja? Solche Quests. Ja. Wurde mal abwechseln. Hast du eigentlich schon mal diese Wiederholungs-Quests gemacht hier ab 260? Du meinst, diese Meditationen? Ja, genau. Wo ist die Hauptquests? Wo ist die Hauptquests, die hier in Kandel? Wofür? Ja. Warum soll ich ihr Rufe-Leveln? Da kann ich auch besser bei schmelzigen Rufe-Leveln. Gibt mir genau so guten Loot. Und geht schneller. Ja, bringt es sonst nichts noch irgendwas über, keine Ahnung hier, äh, Zusatz-Drops oder irgendwie so ein Scheiß. Du treibst nur Loot, also du treibst nur Rufpunkte und generell Loot, wenn du da bekommen kannst. Auch von den Gegnern. Okay. Ist halt genau dasselbe, wie wenn du nicht Schmelzziegel spielen würdest, nur dass du statt Schmelzziegel-Story-Mission wiederholst. Und dann kannst du dafür auch Ruf-Token. Achso. Wir wären noch zwei Kisten, die wären noch zwei Kisten gewesen, direkt nebeneinander. Ups. Obwohl die eine ist im Untergrund. Wahrscheinlich da, so ein Darksektor. Aber die eine. Ach, ne, deutlich. Oh, das ist sogar eine Regionskiste. Wo drei Token kann man. Achso, na. Ich wäre so schlimm Level ab. Wo kommen wir mal 27 von ihm? Noch echt jetzt? Alter, die kann man denn nur... Wow, was war das denn jetzt? Leil. Wie hast du gerade durch die Wand geklitscht? Mö. Wer ist durch die Wand geklitscht? Ich. Hey, wie ist das denn? Welche Wand? Keine Ahnung. Durchgefallen irgendwo. Wieder Mini-Werkzeug. Hey. Ohne dich hätten die Gefahr. Hey, und jetzt kriegst du die nächste Quest-Reihe. Ich glaube, jetzt musst du Stout-Gewerk-Küls machen. Und danach zerlegen. Aber nee, du musst erst mit Benji reden gehen, sonst bekommst du die Quest nicht. Ja. So, ich rüsse die mal schon mal aus, dass ich die schon mal drin hab. Ja, Level ab beim Ruf und... Irgendwas. Gott. Äh, das weiß ich nicht, egal. Ein Pulsgewehr. Schönes Sache. Benji ist ganz normal reißend, oder? Ja. Im Turm. Der Waffenmeister, wo du auch die Waffen hast, da. Ah ja, ich seh's grad, ja. Anvisieren, abfeuern, und so weiter. Ja. Äh, fuck. Wieso hab ich ja nichts mehr so drin hier was? Von den Kollegen super, sei er chill, Blue-Gokul-Statue bekommen. Ja, ey. Auch nicht schlecht. Die ist auch nicht grad günstig. Fuck. Alles leer. Scheiße. Na toll. Äh, nice, nice, nice. Hä? Aber ich trotz nicht gedacht, dass du überhaupt noch vorbeischneißt. Na? Mein Geburtstag und so. Wobei, ich war bei meinem Geburtstag auch, oder? Äh. Bup, 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 bup. Äh. Achso, ups, stimmt, ich zieh's halt immer mit. Ups. Ja, gut, ich muss ja jetzt eh bloß die Damien-Kills da machen, oder? Hm, nee, du musst jetzt Gold-Gewerk-Kills machen. Ja, sei ja. Ja. Multi-Kills und Headshots, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher. Ja. Also mindestens drei Kills, ohne nachzuladen. Danach kommt's mit uns zerlegen. Dann die, äh, im, in der Luft, Maschinenpistolen-Kills, wo du halt gut die, 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 die zu benutzen kannst. Und dann hast du die überbraucht. Gut, ist ja bei mir eh, eh, kein Act-Tier, ne? Mit, ja, ähm, switche ich halt wieder auf Dämmer-Klinge um. Dann schwebe ich halt 15 Sekunden lang in der Luft. Zum Beispiel. Okay. Ja. Also jetzt im Zusammenhang halt mit meiner Rüstung, ne? Die ich ja vorher hier geholt hab von XOR. Äh, die Rüstung funktioniert nur während der Skills, glorisch. Ja, ja. Ich halt auch wahrscheinlich super. Mit der Meklinge. Ja, aber, wenn du... Oh, nice. Die 765. Wenn du jetzt skill-aktiviert hast, du musst ja in der Luft Kills mit Maschinenpistolen machen. Und nicht mit dem Skill. Ja, muss ich auch nicht. Ich benutze den Skill nur, um hochzukommen. Okay. Ich hab' ein schönes Funktionsgewehr bekommen. Ein 27-70er. Ja, meiste halt nur 265, die 765. Das ist ja gleich wieder zerschrottet. Ich kann's nur noch ins Rennen fundieren. Leider. So. Ja, Feinde mit Präzisionsschüssen. Mehrere Feinde ohne nachzuladen. Mit einem Scout-Gewehr. Welches nehmen wir denn da jetzt? 260 geht eigentlich auch ganz gut. 277 nehmen wir doch die. Ach, Mitternacht ohne in den Armen. Stimmt ja. Habt zu viel durch den Wunsch der Rot-Legion verloren. Also die meint er denn best alleine, ne? Oder was willst du da bewusst machen? Aber du wirst die Events da machen. Nee, kannst du alleine machen. Das müsstest du schaffen alleine. Ach, meinst du? Ja, vielleicht aber auch nicht. Ich meine, das können ja sehr schwer werden. Gucken wir, Kills. Nee. Nee, nee, nee. Aber das Problem ist jetzt bei sowas, dann wieder hab ich da jetzt Bock drauf. Wenn du die Miederhaben willst? Ja, warte mal. Genau, das wird es gerade sein. Wir hatten jetzt die Mägi. 277. Okay. Ich hab die Mieder auf 284 bekommen, als ich siegfest abgegeben hab. War das 287? Ja. Die Mieder wird dir noch einen guten Licht-Level-Boost geben, wenn du sie bekommst. Ach so, du meinst hier, der ist ein Multiewerkzeug, ne? Also das große? Ja. Okay, ja. Ich hab grad schon gedacht. Das kleine habe ich auf irgendwas bekommen, hab ich aber auf 274 Euro verdient. Ja gut, das wäre ich wohl mit der Sturm auch sein. Aber gut, ich kann ja eh keine drei Dinger tragen, wobei ich auch der 270er hätte Scharfschützgewehr halt. Anstatt die unbarmherzig. Weil, ja. Drei geht ja nicht, ne? Drei Exotics. Leider. Ja, das wäre auch zu heftig, das geht nicht. Ja, wieso? Einmal in dem ersten Rattenkönig, dann im letzten unbarmherzig und im zweiten, keine Ahnung, hartes Licht. Wär auch gar nicht so okay. Das ist so unvergleichlich wie verschlüsselte Daten, wie ich immer sage. Nee, mach so die Sturm, Köst. Äh, wo waren denn immer die mächtigen Gefallenen bei Nessus? Ah, die. Das sind die mit, äh, gelben Lebensbalken. Oder, wenn du, äh, ganz, äh, nur bei, äh, wie heißt's? Bei, bei dem Frackborns, weil... Da ist ja das Event mit dem Sevi-Tor. Und, die kleinen Sevi-Toren, die, die jetzt nicht den gelben Lebensbalken sind, sondern den anderen Lebensbalken, das sind auch schon hochrangige Ziele. Das heißt, dass die Vents bei Exodus Blacks solltest du unbedingt machen. Da kommt eine Menge. Gut, da startet gerade super die Weise eins. Ach so, ups, jetzt ziehe ich die ja wieder mit. Ja, egal, wie Blut. Du schießt die Wentsch. Ja, gut. Oder so. Was? Ehe für Sam, frage ich, warum man dir dran. Ja, aber echt, ja, wann hast du denn nicht das in die zwei? Das ist ja fix. Ich sehe mich noch nicht online. Ich will es halt echt nur schade mit den Trophäen. Wenn ich jetzt wenigstens wüsste, dass ja die Aus- oder Zweiterweiterung oder beide halt zusätzliche Trophäen mit reinklatschen wurden. Da würde ich mir echt überlegen, weiterzuspielen. Würden sie bestimmt. Nee, dessen ja jetzt auch nicht. Da gibt es keinen Trophäen? Nein. Ich habe nach wie vor 100% und ich habe jetzt dieses Pass. Da gibt es so die 43 Normale oder was? Das ist aber 44 irgendwie sowas. Na ja. Ich würde mir so, ich würde mir so noch dieses Pass holen. Da kostet ja nur irgendwie 35. Ja, das stimmt, ja. Was, wenn wir hier genötigt? Und die erste Weitere soll ja jetzt schon im Dezember kommen. Ja, ja, ich weiß. Es ist auch so ein bisschen früh, würde ich jetzt mal so sagen. Ja, ich finde es super, weil jetzt ist schon wieder der Endpass. Du hast alles gemacht, hast gut Blut und jetzt fehlt wieder Content. Ne, warum? Zweiter Account. Äh, Quatsch, Zweiter Account. Zweiter Charakter. Ja, weil du keinen Bock hast, einen zweiten Charakter zu erstellen, dann hast du den 1.2. Bist du das nicht eh falsch? Das ist schon mal wieder. Ja, weil du brauchst, zeigst du häufig mehrere Charaktere. Weil ich werde ja mein, also die nur hochpushen auf 20. Und dann meine besten Gegenstände logischweise in den Tresor reinschmeißen, das mal im zweiten Account geben und mit denen alle Quests machen. Und schwupp, hast du inszeniert 10, 15, Powerlevel höher. Das gleiche dann mit dem dritten Charakter und so weiter. Ich habe gerade eine Kiste gesehen. Ich will die Kiste gerade öffnen, wird ein Spawn-T. Oh, das bist du. Ha, 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 ups. Oh, ne, der Thruber, du wirst hier nicht genötigt. Mach. So, das muss sein. Na, drei, vier, dich, drei, vier, dich. Oh. Na toll, ist es weg. Boom, Headshot. Also zum Beispiel, wenn wir das Event auf heroisch machen, da konnten wir spawnen, die drei sieben Toren. Ja. Wenn du alle drei mit der Drang eliminierst, hast du schon drei Huragen geziel. No, okay, gut. Aber für Leute, die keine Wende mehr zu holen. Ach, du. Weil ich werde sie offenbar nicht holen, wenn du zu lieben bekommen kannst. Und hier wäre noch ein hoheriges Zinn an mir. Mit gelben Lebensbalken. Na, ich weiß auch gar nicht wo. Müsste irgendwo da oben rumlaufen. Oder... Weil wir immer da oben, das hier. Wobei ich jetzt hier... Ich muss mal eben. Der andere 20 Kommus, die wir überwachen müssen. Die zwei anderen 20 Komm. Die Gefangenen werden durch diesen Servietraum genäht. Das sind schlechte Neuigkeiten. Neuigkeiten wollen es nicht unterordnen. Ich kann nicht nur sagen, dass ich nur nicht aus dem Event drin bin. Hier, der Sebetor. Nebenwieder. Das wäre ein hohergendes Ziel. No! Aber geht sonst der auch. Naah! Sei nicht allsam. Maschinen können wir nicht befürchtet werden. Ja, das ist ein Schuss. Und ich bin ja auch in der Nähe. Das ist ein Schuss. Ja, das ist ein Schuss. Ja, das ist ein Schuss. Ich bin ja auch in der Nähe. Ja, das ist ein Schuss. gut okay das geht schnell oder in der ersten traum vom boss nehmt das gefallene blau wie immer tut mir leid das ist unmöglich ich habe jetzt schon gehört sie ganz für mich oh exotik und du exotisch ist ein kram ja da ist das hochrangige ziel ja das problem ist ja jetzt 132 schuss mit meiner ding wenn du aufhörst zu schießen ich mache es so runter dass du nur noch eins dann noch hießen muss ja passt jetzt bestimmt dort brauchte ich doch nicht weg oh er rennt ich habe das schild weg jetzt macht das volle andere runde kommt ja da geht guck mal nach wie viel du schon hast ja komm laut 1 und 10 ok da hast du wahrscheinlich ein seelitor nicht bekommen ja einen von den drei da dachte ich mir schon weil was ein glase zu viele sonst noch ich habe hier das event alleine gemacht dass ich fest bekommen hatte nach dem event habe ich schon fünf oder sechs hochrangige ziele weil er auch ja die normalen seelitoren spawnen die den nun besiegbar machen hier auch nicht sind aber der seelitor selbst der große ziel ist jetzt das ziel ja leider was ich nicht verstehe jetzt ist das auch schon geöffnet das hat sich dies worden was da ja ja ich kann es hier dauert warten zu sie wenden wieder da ist oder das werde ich mit sicherheit dann nicht waren ja die sturm ist ja auch nicht so gut die mieter lohnt sich eher aber scoutgewehr kills na ne dann mach ich jetzt ganz anders dann switch ich jetzt immer noch mal titan und level den hoch so ich fast mein weil gerade hier das dumme rumgefarmen ist eigentlich jetzt mal an kills und so weiter das kann ich eigentlich immer noch hier mal irgendwann hier aufstreben oder so machen weil wenn ich eigentlich nur sinnlos rumstehe oder so da ist hier ja die füchste ist noch titan trophäe oder ja von den 3 jedenfalls jup äähm moment weil ich guck mal noch schnell nach was das exotic war wär ne gute idee ja also langsam guck ich wahrscheinlich auch in dem bereich dass ich irgendwas doppelt kriege Dann hoffe ich natürlich auf höheres Lichtlevel, ne? Nein, Powerlevel. Oh, ist ja fix. Würde ich auch immer hoffen. Ich wäre so spontan für meine Robe. Aber ich habe irgendwie für jeden Slot irgendein Exotic. Mindestens eins. Es gibt ja eine Waffe, die gibt es nur auf PS4. Hä? Eine Exo. Die heißt? Borealis. Ach, okay, ja, stimmt, habe ich auch gelesen. Die ist PS4-Exklusiv. Die kann, während du spielst, wenn du 4-Eck gedrückt hältst, zwischen allen Elementen wechseln. Feuer, Akkus und Leere. Muss nur 4-Eck gedrückt halten, dann kannst du auch durchswischen. Jupp. Die ist aber auch nur PS4-Exklusiv, nur die ersten Monate. Ich glaube, die kommen in den Jungen für alle. Ich glaube, die Kalt-Herz kommt auch irgendwann für alle. Ja, Oktober oder November, habe ich gelesen. Irgendwie sowas war das. Ich glaube, es ist die PC-Version statt. Ja, kann sein. Ja, die sehe ich so toll. Die Kalt-Herz. Das stimmt. So, und... Hartes Licht. Oh, die kannst du im Inventar auch die Elemente wechseln. Aber dafür musst du extra das Inventar öffnen. Fahrtes Licht. Maximale reichwürdige Schosse durchdringen Ziele und prallen ab. Okay. 2,77 Scouts. Ja. Nicht mal eine Liederinfodierung. Akkus-Kern, Solarkern, Leere-Kern. Nice. Ja. Könnte ich sogar schon hochinfodieren, aber ne, nach meiner noch nicht. Ja, andere Offen sind eh besser. Mida, Ratenkönig, unbarmherzig, die Ward-Kritsch-Pudel. Da lohnt ich dich, da feile ich mich. Ja. Geht das? Aber, Hörner. Ja. Hei, 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 ist also so crap. Ja, 2,60. Wobei, wenn ich hier... Oh, krass. Ja, die 2,70. Ja, also ich komme maximal auf 2,70. Reicht doch erstmal. Also 2,70. Ist schon mal... Oh, doch nicht. Hatte mal... Ist schon mal der Anfangs-Best für den Wade. Ist schon mal der Anfangs-Best für den Wade. Ja, wow. 2,73. Das ist wirklich das Höchste. Nicht? Dann könntest du rein, Tio Göttchen, in den Wade reingehen. Ja, meine ich. Wenn ich beim End-Boss hätte ich dann 21% weniger Schaden. Und nein. Das würde ich keinem zumuten. Ich bin... 3 Level... Ich bin 3 Level höher als der Boss. Ja. Kann ich noch höher gehen? Ja, ich kann auch 2,84. Aber für mich ist ein Schwert benutzen, was es beim Boss echt nicht lohnt. Deswegen 3,80. Ah, Mist. Kriegen wir noch 26er-Items. Bist der Witwe. Power-Waffe. Okay. Oh, Leute. Sieht aus wie ein Black Spindle. So ein bisschen. Okay. Ich werde dich überleben. Na dann. Krass. Na, zu schrotten. Tschüss. So. Jo, genau. Die Beschreibung von der Rattenkönig ist doch cool. Was, wir sind klein? Doch, wir sind viele. Ja. Ja. Im Gegensatz von den Bossen sind wir klein, aber viele. Und wenn wir nahe und untereinander stehen können, hat den Schaden bis zu 6 Mal hochstecken. Ja. Was natürlich so gut die Kombo ist, gerade bei diesen Flüssegärten. Oder beim End-Boss, wo man Schaden machen hat, auf diesen kleinen Platten steht. Und dann zu 6 auf so einer kleinen Platte, alle mit einer Rattenkönig. Du stehst beim End-Boss eh immer auf der gleichen Platte. Das ist ja. Ja. Du hast mit nah genug beieinander, um den Bonus zu bekommen. Ja. Das stimmt, ja. Obwohl er Kidnapper, glaube ich, mehr Schaden macht. Aber 6-facher Schaden? Jetzt, ich kann mit meinem Titan noch keinen Rage spielen. Was? Wirklich nicht? Level 1, Power, Level 15, passt schon. Ja, reicht doch. Ja, genau. Da fliege ich schon im Anflug. Damit schaffst du locker den Dämmerungs-Strike-Offer. Äh, wie heißt's? Prestige. Ja, Prestige, so heißt das. Ja, das ist aber recht zu einfach. Und mindestens den Dämmer und mindestens den Weight of Prestige auch noch. Ja, genau. Obwohl, bevor ich jetzt das starte, ich muss ja echt mal dringend was zum Trinken holen. Sonst verreck ich ja gleich. Ja, ich komme gleich wieder, ne? Okay. Okay. Ja, ich komme wieder. 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 Vielen Dank. 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 Okay. es ist ein zeichen genau los geben wir den striker ist mir egal ja ich weiß ich will aber striker beim in your face und so ja das stimmt ja aber schwingle dinge sind nicht so meins hier kein pvp ist natürlich geil der hammer aber pfe hier wurde dann eher ihr striker nehmen du kennst doch die frage im way mit mit dem b dann ja da hat jemand von uns teilen genommen zwei lateren auf einmal weg gehauen wir haben in einer phase acht in der ersten runde acht von neun lateren wegbekommen in der mitte wo das ist gut und dann muss man noch eine phase für eine laterne machen die leiter nicht noch bekommen haben hast du was gehört und das sind wir bei den gärten bm in your face bm bm das ist so geil bm wozu schießt ich mal alles im nacken vom titan oh man also jäger wird bei mir definitiv der letzte sein in die hochlevel also powerlevel technisch gesehen das ist bei mir im moment der titan der ist erst level 200 ok da ist bei mir ja jäger auch da aber ja nur auf 20 euro gepäscht und das war es dann ich habe den guten sachen von meinem jäger ergeben gute waffen um mit dem dämmerung durch zu machen durch die dämmerung habe ich nur sachen bekommen 20 level höher sind er hat mich richtig gepusht um nicht level ja immer um mit prolog im grunde fängt diese woche nur noch dämmerung mit heute aber der ist level 200 das habe ich nicht nee nicht wirklich ähh hehehe hehehe pop 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 na ah nice oh die items sind von meinem warlock wenn es gerade so die situation ist wie heute da werde ich die items vom warlock hier rüber schieben wir in den tresor rein mit dem titan die rausnehmen und dann halt hier diese wicklies abgeben was auch praktisch ist wenn du einen zweiten sparrow hast mit dem charakter kannst du dir in den tresor tun hast du schon mit der will 1 mit dem titan ist der europäische story durch überall durchfahren kann okay sicher dass es geht ja auch gemacht ein vor allem einer höheren karakterie mir meinen neuen titan sparrow geben über den tresor ja okay das könnte ich theoretisch auch ich habe ja vier ja dann wird auch viel schneller mit story durch die ganzen extrem viel zu weiten laupte gelaufen oder stellenweise geht es ja ja was ist das sparen von der zeit her zwei stunden insgesamt vielleicht ein bisschen weniger aber es hilft auch schützt ist ein dicker wo ok So. Nice, nice, nice. Wir haben sie wohl verscheucht. Bring mich zum Bruchstück. So. Bring mich zum Bruchstück. Na dann. So. Ja damit. Na. Sentinel. Wöööö. Ja. 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 Geben wir ihnen Feuer. Ja. 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 Jupp Nice, das ist alles. Na haben wir jetzt da. Hums, hums. Äh. Jut. Jut. Äh, Atom. Hey, Level 2, Bam. Ah, ja, 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 ja. Ah. So. Ist ja nice. So, was warst du denn jetzt gerade? Eigentlich nichts. Okay. Ja, ich werde gleich auch Schmerztiegel machen mit dem. Weil es kommt ja jetzt gleich. Ich glaube, ich gehe jetzt aber auch schlafen. Ist schon nur 20 vor 1. Ja, oder so. Das kannst du auch machen. Bis dann. Bis dann. Gute Nacht. So. Na. Gott. Dann sind wir jetzt noch alleine unterwegs. Macht aber nichts. Ja. Ja. Ein bisschen werde ich dem die Tiefel machen hier. Muss irgendwas mal vorangehen hier. Aber, ja. Zwei Goldstoffe ist euch schon abgesagt. Ist ja schon mal nicht so schlecht. Von daher geht das. Genau. Mein Schalter aktualisiert. Jo. Passt. Na schau mal alleine an. Du hast dein Licht wieder. Ich weiß nicht wie du alles wirst. Bei Hochleveln schade ich ja generell eh nie. Da ja. Wir werden es brauchen. Wir draußen sind viel mehr. Bis später. Genau. Äh. Äh. Hm. Alles klar, Wald. Schönen Abend auch dir noch. Äh. Ach so, geht ja nur das hier. Gibt es einen kleinen Anliegen zu besprechen? Hm. Na. Guck mal, dass wir die da. Das auf jeden Fall schon mal das haben. Äh. Äh. So, Moment. Sonst war jetzt groß nichts. Wäre das? Na. Devriminer ETZ. Hey. Super Death. Hehehehe. Ja. Komm, was soll das machen wir? BVP. Level 2 geht das schon. Na. Ich fetz mal weg hier. Ha. Ha. Die Leute werden sich freuen. Na gut. Level ist ja hier relativ egal, solange man was trifft. Und da ja. Geht das? Hm. Da kann ich zumindest hier auch nochmal ein Clan hier. Genau. Bam ins Gesicht und so. Ja. 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 Das hier ein bisschen voran pushen. Oh lol. Der ist auch schon wieder voll der Clan hier. Das ist echt bescheuert, dass 100 Maximum sind. Weil der hier ist der 12. Ne. Doch. Der 12. Der sind die 2 Clan hier. Von der deutschen Sternwache. Aber du kannst ja hochrechnen den 12 x 100. Na. Sind nämlich alle voll. Ha. Na. Rate bisher noch keiner. Prüfunter 9 auch keiner. Okay. Schade. Puh. Na los. Flieg los. Jawohl. Jetzt schnell noch was trinken. Ja. Bevor das Stress gleich los geht. Hä. Ähm. Jupp. Ähm. Hä. Hä. Ja. Ja. Wieder mit dem Überschiff hier. Und dann komme ich hier mit Level 2. Bam. Also sind auf jeden Fall alle über 20. Die 3 da. Na ja. Gut. Zur Not ne. Schild ins Gesicht schmeißen geht schon. Dink. Konflikt. Waaah. Na dann. Yeah. Ich seh so scheiße aus mit dem weißen. Setting. Seher. Du hast dein Sieg nun fallen. Nimm es an dich. Äh. Ach ja. Ich hab ja nur Scout und Pistol ne. Ja. Wow. Ja. Ja. Wow. Oh na ja. Bisschen Schaden mache ich ja ne. Naja. Ich glaub ja lieber ein Pistol. Na ja. So. Toll. Hat natürlich jetzt auch richtig Kack Waffen. Au. Hm. Eine andere habe ich nicht gesehen. jetzt echt nicht ne. Nö. Boah. Nö denn. Muss ja nur zwei Spiele spielen. Hä? Was soll wieder Gegner finden hier ne. Oh shit. Okay. Durch alle drei. Sauber. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich glaube ich sollte einmal doch nochmal hier mindestens eine Mission oder so spielen, dass ich hier was ich ne Automatik oder sowas krieg. Look. Jupp. Ne. Ja. ja das ist doof ja ja na ja alles wird schwach jetzt war klar noch mehr weil sonst immer kacke ist hier zu verlassen soll das hier will ich mir dann doch auch nicht an tun hier nein renne und weg hier gut also der rückstand liegt definitiv nicht nur an mir ha einer wischt nice aber die 17 ok ja gut auch nur 100 prozent platin haben die ja wohl nicht oh im ernst alter 26 80 da ist ja wieder die mieter renn mal vor hä ich renne mal lieber dem hinterher oh shit deine gegner ziehen an dir vorbei schnapp sie dir ja genau schnapp sie dir easy und so hat die jahle hat so wieder überlebt bis ich war schon naja jetzt habe ich den immer gesehen kann er nicht meine rückwurz laufen mein gott oh gott oh gott oh gott oh gott oh gott ne ja dat lass ich lieber gleich mal nochmal jawohl goldne kanone super 3 minuten verbleiben hat haha wow we oh shit da habe ich ihn ja auch mal haben wir gehört hahaha haha 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 okay she's not a dick oh man haha 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 waaat wem auch gestorben neaaain oooooh zu toll äh mhm 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 Genau so wird aufgeholt. Verweiter! Keine Minute. Okay. Naja. Na toll, zeige ich mich, ist auch unfair. Na, gut, das war's, äh, ist auch so das letzte Mal, wo ich so low level da reingehe. Weil das ist ja... Nice! Hahahaha! 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 Huuu! Ne! Hey! Mein erstes grünes Item! Bäm! Oh Gott! Nix geht gleich raus hier! Hahahaha! Ne! Das Ding schreibt mir dann doch lieber, weil alles so frei. Hahahaha! Hahahaha! Oh Gott! So schlecht war ich gar nicht mal! Naja! Vorletzter sogar! Ja! Da ist ja dann ein super 20er dabei! Hahahaha! Hahahaha! Oh je! Naja! Jut! Äh, das sehen wir natürlich gleich mit hier! Boah! Boah! Seh ich scheiße aus! Oh man! Ja! Äh, was wollte ich hier? Achso hier! Ja! Der fremde Augen wird! Ja! Plapp! So! Na! Dann machen wir lieber hier dann mal kurz weiter! Weil das ist... Geht gar nicht! Wo es aussieht ist mir ja relativ egal! Aber das ist ja... Naja! Mit Pistol und Scout! Das wäre ja was ich! Automatik oder sowas lieber! Ja! Und vielleicht wenig so 1-2 Effekte auf der Rüstung wäre natürlich auch nicht schlecht! Im Gesatz zu weiß! Ja! Machen wir da mit Level 3, 4 oder so! Das ist wahrscheinlich besser! Naja! 3 ist zu wenig! Ab 5! Na weg! Danke! So! Wobei natürlich die ganzen Levels... Ah ne! Einen Sparrow da! Ich sage hier! Wieder hin und her charge! Das mache ich jetzt auch nicht! Das brauche ich nicht! Alter! Danke! Weil jetzt so ein Event wird natürlich schon nice ne! Wenn das schon irgendwo da wäre! Aber ich glaube ich sehe noch gar keine Events hier! Hüpp! Hüpp! So! Erfordert Level 3! Ganz! Naja! So! Ah ja! Ah! Guck mal hier! Event! Jetzt sehe ich es doch! Ah ja! Das ist ja hier das was ich machen muss ne! Ne! Das muss ich eigentlich machen! Gut! Dann machen wir das Ausweis Event! Machen wir das! Machen wir das! Hilfe! Da! So! Drei Sekunden! Zwei Sekunden! Okay! Fast! 20! 20! Okay! Da durfte ich überleben ne! Die Gefallenen wollen wohl einen Glimmerbohrer herbringen! Halte die Aufmerksamkeit! Ja! Und das war dann am besten auch auf heroisch! Hochrangiges Ziel! Hä? Hier nicht! Ah! Ah! BAM! In your face! So! Wo ist jetzt dieses komische? Und Level 3! Nice! Läuft! Ähm! Machen die das überhaupt noch für Rausch? He! Keine Ahnung! Na! Da ist das! Hau ab! So! So! Toll! We just got there! He! He! Jut! Nice! Ruhig! He! Halte sie fern! Ich teleportiere ihn! Bäm! Also wenn die hinten dann schießen, ist gar nicht mal so nice. Nein, ups, da wollte ich mich wieder beleben, na toll, egal. Nice. Die kliff dir als Nüsse ja, biebiebiebiebieb. Bart. Jetzt kommt natürlich keiner, oder? Also jetzt ein bisschen den Trigger für das zweite hier, den Striker. Das wäre natürlich ideal, wir bestehen. Den zweiten Fokus. Aber, das wollte eh nix. So. Mensch, aber ihr müsst auch etwas davon behalten, verstanden? Boah Level 4, okay. Nee. Aber grüne Brust, das ist schon mal nicht schlecht, ne? Boah lol, ist doppelt der Power Level. So, hier haben wir 10, 6,30er Shotgun. Ne, dann nehmen wir hier die Shotgun. Die machen wir weg. Wurst. Äh. Ah, Automatik, perfekt. So, jetzt zum Beispiel wäre es schon mal wieder besser für PvP. Aber machen wir trotzdem was von dir, die eine Mission hier. Die wir da machen müssen. Dat hier. Äh, ja. Ja gut. Also die... Fangen wir an. In der Zentralebene hängt ein Banner. Sieh dir das mal an. Ja. So. Weil ich will hier... Hm. Das will ja nicht alles nicht viel. Das andere ist aus Level 9. Und das hier war 7. Schade. Hä, wohl total im Auer. Hä. Ja, dann lieber das hier. Das ist besser. Jot. Hüpp. Und teils. Wir haben mal mit einem Gefallenen zusammengearbeitet, der diesem Banner entflohen ist. Ja, wurde sogar gehen hier, wo wir das Schussradius her. Für PvP. Ja. Das war das nächste Ziel nochmal. Weiß ich nicht mehr. Okay. Alles klar. Sehr gute Arbeit. Wenn wir überleben wollen, müssen wir hier schon ausnutzen. Wow. Echt jetzt? Wo wir schon von der Wildnis sprechen, an der Wand der Kirche ist ein Symbol. Geh doch mal gucken. Hä? War ja nicht hier mal Loot drin? Gibt's ja gar nicht. Weißt du, woher das Symbol stammt? Ich glaube, deine Stadtjäger haben sie hier aufgemalt, als sie die Gegend ausgespäht haben. Wollten wohl etwas Besonderes markieren oder etwas Gefährliches. Ja. Trüchtern. Sehen wir mal nach. Wollten wohl etwas schneller machen, blieb's überall hängen. Das ist faszinierend. Ich glaube, Tunnel und Höhlen wie die, in der du gerade bist, erstrecken sich über die ganze ETZ. Wer weiß schon, was da unten lauert. Seid vorsichtig. Oh ja. Oh ja. The way I wat. Ah, da oben ist der Dicke. Gut, jetzt sind wir. Ah, da oben ist der Dicke. Oh, oh. Gute Arbeit da unten. Halte die Augen nach anderen Verstecken und Schätzen wie diesem offen. Alles klar. Das ist deine Aufgabe für einen anderen Tag. Die Zeit machen wir uns ans Eingemachte. Kommt den Kirchdurm hoch. Ich setze gerade Tee auf. Jupp. Jupp, 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 jupp. Naja, das lief ja. Oh, nice. Da ist die. Boah, die war natürlich geil. Hm, ich glaube, ich bleibe mich danach nochmal für PvP an. Weil jetzt bin ich natürlich schon mal ja übelst im Bouncer. Achso, warte mal. Was war jetzt hier nochmal? Ah, genau. Zieh mich da zurück. Na dann. Willkommen zurück. Dieses Mal habe ich dir Tee gemacht, aber leider schon selbst getrunken. Sei das nächste Mal schnell. Fünf. Die ist schlechter. Die wäre besser. Also gut, dann holen wir die jetzt einfach, ne. Ja. Neue Mission ist schon mal sehr gut. Da nehme ich auch die neuere Schrotze. Jupp. Alles klar. So, theoretisch wäre, glaube ich, die Mission hier, ne. Direkt da, aber ich mache jetzt was bei das hier. Ein Ründchen hier. Muss ich ja noch. Level 4 Power. Watt, dass ihr die Waffe bekommt, sie fliege die Fäuste mit dem Text. Bäm. Schießkampf ist ins Ende. Ja. Seid ich gar nicht im Titan. Okay. Bäm in your face. Deswegen, wie das zum Beispiel auch bei dem Jäger hier mit dem Messer oder so. Ja. Ja. Ist halt ein Messer, ne. Wie bei den Shootern halt. Ja. Das dreht einfach nur mit der Faust ins Gesicht. Ja. Aber ich muss jetzt sagen, ja. Genau, kann ich auch kurz mal hier updaten lassen nebenbei. Oh oh. Da kommt die Update. Äh Quatsch. Äh Quatsch. Die Akku-Warnung. Ja, 65% habe ich jetzt schon. Na, schon dann heute ja. Die beiden hier. Ja. Ja. 3,3% aller Leute. Okay. Das Ding ist nämlich seit heute ausmachbar. Seit 11 Uhr deutscher Zeit. Ja. Genau. Den Titanen-Fokus bin ich ja jetzt gerade dran. 30 Herausforderungen habe ich bis dahin auch locker. Leviathan-Raid. Ja. Und das hier haben wir ja probiert gehabt. Wo wir dann festgestellt haben, wir sind auch zu low. Na, auf Prestige. Den Strike. Ja. Also allzu viel fällt eigentlich nicht mehr. Vor allem auch, weil ja die meisten Leute ja beim Raid auch nur Leute suchen für den Endboss. Ist natürlich so nice. Wird mir ja für die Trophy-Dicke reichen. Ich muss ja nicht den kompletten Raid abschließen. Weil der jetzt doch gut intus. Oder in sich. Wie immer. Und dann lieber nur 20 Minuten Endboss-Platten. Fertiges. Dann macht's auch blicken. Na. Aber reicht mir das Power-Level nicht. Brauche ich die Leute gar nicht anschreiben, ob ich mitkomme. Darf. Wie immer. Kontrolle. Ja, ich wusste es. Das war klar. Mann, sehe ich gut aus. Gott, oh Gott. Die Leute werden sich jetzt outhinken. What the fuck. Oh. Alter, wenn ihr den Zucker aufkriegt, ne. Oh. Wir sind aber richtig kacki beim Stream. Ah. Na ja, geht schon. Ho. Der Feind hat Zone B eingenommen. Bam. Aha. Läuft. Hä? Hä? Wow. Hä? was nachmach das schildblatt hier kalt herz die war für so schrecklich ja na alter das ist aber schon mal nice glaubte ich jetzt einfach mal ja aber auch gut gemacht dass ich ja selbst die low bob waffen die ich jetzt gerade momentan hier dabei ab ja die haben zwar kein status-effekt aber die werden schön hoch gegratet dass er auch pvp spielen könnte die holen ab das ist ein power play erobere die zonen zu rücken ja komm im ernst jetzt Was so eine Zeh erobert. Ah, okay. Also wenn der jetzt aussieht, warte mal, der war 229, na, und dann sieht er ja, gekillt von dem 41er. Ah, ist das geil. Ah. Hä? Okay. Fünf Minuten. Das könnte gut für dich ausgehen. Oder für die anderen. Oh, jetzt hat er echt jetzt die Gefass aufgeladen gehabt, die Kaltherz. Ah. Na, gut. Alter, wieso muss ich mir zeigen, gleich, guck mal das an, der hat hier für den Kill hier, ne? Entschuldigen Sie, nur mich, ich ihn. Wow. Muss das jetzt gerade immer sein hier. Ah, das ist auf jeden Fall besser so. Na, gut. Na, gut. Na, gut. hier irgendwie da. Oh shit. What the fuck? Was war das? Oh, da waren sie. Chaosfäuste. Alter, vom Alter. Ei, 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 ei. Das war das gerade für die Bombo-Kombo, ja. Ja, die will ich auch, Stryker. Deswegen mal gucken hier. Ich nehme mal so mit Level 4, 5 oder irgendwie sowas hier. Wenn ich da mal gucken, ja, da... Oh shit. Nein. Nice in your face. Okay. So. Genau, was würde ich da sagen, da Events macht? Genau, in der Hoffnung, dass ich da hier diesen Fokus kriege. Für den Stryker dann. Du hast den Zonen-Vorteil. Scheiße. Die waren alles geworfen, ja. Ja, und dahinten läuft der andere rein, ne? Oh. Ja. Hä? Ja, haha, level up. Nice. Oh. Na, gut. Boah. Zwei Seiten. Ah. Wie, was fehlt noch? Der Feind will Rache. Das kannst du nicht zulassen. Mwah. Zone C verloren. Na, schlecht. Schlecht. Noch eine Minute. Zone B erobert. Der Zonen-Vorteil liegt bei dir. Hä? Zone B verloren. Na. Kann man noch mit Granaten schmeißen? Zone C erobert. Der Vorteil liegt bei dir. Noch 30 Sekunden. Zone A verloren. Ja. Ja. Los, die die den um. Dankeschön. Nathalie Roni. Okay. Ja, aber ein komischer Name. Nathalie Roni. Oh, da ist so ein Pärchen-Account. Wie süß. Das ist dein Powerplay. Erobere die Zonen zurück. Jetzt haben wir jetzt schon der Powerplay. Oh Mann. Ein wohlverdienter Sieg. Ja, nice. Nice, nice, nice. Was soll denn denn fehlen Fighter? Also mit dem Titan fehlt noch einiges. Wenn du das meinst. Ah, gut. Die normalen Matches hier. Die mache ich dann glaube ich hier. Später nochmal. Das ist doof. Ich muss halt auch so die Story weiter spielen. Dass die anderen Events überall gelockt werden. Das ist nämlich der Kack. Und ich brauche für den Fokus, brauche ich die Events. Wobei eine. Die macht natürlich gut Damage, ne? Ne, ich lasse die erstmal so. Das lassen wir so. Äh, achso. Das wollte ich gucken. Jupp. Zwei Matches in der Wettkampf-Playlist. Für das nächste dann. Ne. Das machen wir später. Machen nochmal eine Hauptmission. Oh, guck mal hier ist ein Event. Nichts werden. Wenn es mir noch reicht. Ja. Das ist ja mich. Muss ich als Planeten-Ausweiger komplett befreien. Bevor ich überall die Events sehe. Dauert natürlich. Hm. Aber ich bin unbedingt Striker von dem Schild halt ich nicht viel. Also Sentinel ist zwar auch nicht so schlecht. Ausreichend mit den Skills, dass du das Schild wegschmeißen kannst. Also einem ein direktes Schild ins Gesicht. Aber, ja. Dein lieber, ihr Striker. Chaos Fäuste, unser Klassiker. Und, ist das Event noch da? Ja. Nice. Nichts fehlen. Hä? Haben die das jetzt verkackt, oder? Ne, da hinten. Gut, nice. Ein Glimmerberg-Bautrupp. Erlädige sie ihn. Ah. Ja, lol. Na, okay. Das war's. Kein Heroisch. Oh mein Gott. Ne, denn. Dann halte ich. Hula. 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 Äh. Dann do. Dankeschön. Moment. Hula. Hula. Das hört's down. Aber ich glaube, das reicht nicht mal. Oh Mann. Bleib weg, Powerwaffe. Wow, 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 wow. Gut, dann machen wir das hier. Ah, schade. Da hätte ich jetzt auch den anderen Fokus ertroppen können. Dauert jeden Fall, ne? So. Was waren das jetzt? 36, 53, ja, ganz klar. Impuls, ja gut, ich nehme mal Impuls. Dann können wir uns auch das hier nehmen. Ja. 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 Das ist ein bisschen Thrasher, das ist jetzt egal. Äh. Äh. Hey Beth, ich sitze immer noch hier oben auf dem Berg mit diesem kaputten Kommunikationsrelais. Wo ist der Signalverstärker? Unser neuer Geist ist nicht auf dem Weg. Ich bin zu alt, um hinter dir herzuräumen, Soraya. Ach ja, nein, nein. Ich gebe dir mal zu, dass er alt ist. Da habe ich einmal Mist gebaut und du hältst es mir immer noch vor. Oh, das war ja nicht mal einmal. Wegen dir habe ich graue Haare. Ja, ja, red nur weiter, alter Knacker. Ach genau. Das wussten wir jetzt eh noch nie. Na? Hä, wat? Der hat es überlebt. Okay, krass. Gut. Gut. Genau. Da oben drin noch den da. Hä? Oh. Oh mein Gott. So. Der Aufzug sollte uns zum oberen Teil der Minen bringen. Ich glaube nicht. Ja genau, Hawthorne. Passt. Danach. Ne, ist doch immer noch nicht. Glaube ich. Äh, ja. Hä? Äh, der ist es nicht. Ach da. Läuft. Äh, hä? Ja, solange ist auch so was, ne? Alles verweise demnächst weg. Ab in grün. Auf jeden Fall dann schon mal besser. Gut, hier ballere ich glaube ich von Viladeum. Bei Viladeum eingeschränkt. Das muss nicht sein hier. Höp. Naja, das hier wieder. Aber echt, aber das letzte Mal hier die Story durchballern. Im wahrsten Sinne. Und dann war es das hier. Das war's. Das war's. Aye, aye, aye. Yup. Uh oh. Badrui. Wie? Wo ist's da? Ah, es wird dich freuen zu hören, dass die Gefallenen die Mine zu verlassen scheinen. Du hast wohl ordentlich im Hornissnest rumgestochert. Gut. Hm. Die Servitoren ja noch. Dann machst du es ja auch. Haben einen Aufzug gefunden. Ihr seid gut. Fast so gut wie Louis. So. Der Aufzug funktioniert nicht. Der Strom ist wohl aus. Und die Gefallenen sind sauer. Da ist er. Hm. Oh, keine Muni mehr. Lol. Äh, nein. Genau. Auch nochmal. Na komm. Ja. 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 Da. Da verifelt sich so ein Fetter hier. Irgendwie so ein fetter Servitor Da ist er doch So Ja, ja Oh Gott So Abbruch und Feuern dann hier Jop, 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 jop Hm Ah, jetzt sind wir hier oben, ne? Jop Nice, Hawthorne Wobei ich natürlich Die zwei Schnellspiele schon mal machen könnte, ne? Für PvP Ne, also was war noch Boah, so die Events Mit Strikeouts war ich ein bisschen eingenehmer Ich mache ja ein Tickel mehr aus Gut, sind die denn auch, aber, ja Auf euch ist das nicht besser Na? Hm Jop, 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 jop Meine Chance ist ja immer da Das, was die Kisten ja immer in die Lichtern Dieses Ding da droppt Ist immer nur fraglich, was bei mir Ein dämlichen Dropglück Also echt, da sind die hier Hochlevel Wo ich denn nur Level 20 sein Das reicht ja schon Ich kriege da mein höchstes Gear Bis halt auf die Warlock speziellen Items Was? Im Ernst? Hä? Ich Hä? Äh Sind die alle hier? Hä? Moment Hoffnung auf die Teile abschließen Ja, okay, das ist die dann Okay Bäh Dann gibt es aber gerade die Fehlermellung Irgendwie keinen Sinn, ne? Hä? Ha, die lasse ich aber mal noch drinnen Machen wir die da weg, ja? Ha Na ja, komm Scheiß drauf Jupp Dann haben wir mal das Zumindest hier so weit angelockt Ja, dass hier Zu den Waffen Oder fehlt Competitive Mit der Level 6 Obwohl, ne Ne Ne, das kann ich nicht bringen Das kann ich nicht bringen Das geht nicht Ah Wobei, bevor wir jetzt die Ja Genau, das ist ja wieder die Wo es so Arschlagen dauert Gut, dann machen wir es anders Bevor ich jetzt die starte Darf ich nochmal ganz kurz ab Im ersten Sinne des Wortes Und dann machen wir das hier Fix noch weiter Dass wir auch noch hier die fertig haben Und Hm Kurz mal gucken Ja Na ja, sie werden sie Hier nach wie vor nicht Gut Ja Ganz kurze Pause Gleich wieder da Dann Ja Machen wir weiter Bis gleich Ja Dann Ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Gut. Joa, der läuft auf jeden Fall schon mal besser wie ein Hunter. Hä? Gut. Ups, ein bisschen zu weit. Ich vergesse immer wieder, wie lange wir erstellen, weil sie die Missionen hier sind. Rodal. Okay, jetzt sind alle da oben. Außer der. Dem, 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 dem. Gut, ist da ein bisschen fetter. Gut, ist da ein bisschen fetter. Na toll. So. Das war der. Jo, und das war die Mission. Sloan, Commander, erledigt. Verstanden. Zawala und ich sind auf dem Weg. Äh, oh ja. Ah, der Stiefel ist mir noch gar nicht gescheit, ne? Ah, wie schießt die? Ja gut. Typisch MP. Wir nähern uns der Landeplattform. Kommt hoch, damit wir euch applaudieren können. Alles klar. Ja, nice. So, das war das. Puh. Wieder gut lange Mission hier. No. Ja, ja, ja. Aber das haben wir beide eh nicht mehr so viel mehr. Brauche ich ja wieder Level 11 oder sowas. Ne, Mission, Springflut. Genau. Super. Okay, wir sind noch nicht fertig. Jetzt, wo wir das Kontrollzentrum erreicht haben, müssen wir noch für Strom sorgen, bevor wir uns um unsere Flotte kümmern können. Alles klar. Ja, da war noch was. Ja, ja, ja. Die zwei Dinge wieder freigeschalten. Oh Mann. Ja. Na, dann wird Titan schon mal safe. So. Haben wir die Gefallen in einem Heer gefüllt? Nein. Diese Geier sind um seit der Evakuierung auf den Fersen. Hüpp. So. Anstatt der froh ist, dass ich ihm geholfen habe? Nein. Nein. Gut. Es ist. Aber noch nicht. Verdammt. Ich könnte mal aufhören, wegzulaufen hier. Oh, shit. Au. Wow. Autsch. Nein, man ist zu tot. Oh, verdammt. Na ja, nochmal. Hä? Ist da noch einer da? So, was hat er? Was? Was? Wir können die Wellen-Energie-Konvertierer sehen. Klasse. Leg den Schalter um und aktiviere sie. Einige der Kolben bewegen sich, aber wir sitzen immer noch im Dunkeln. Jupp. Mal auf. Oden fast lief falsch. Die Kolben klemmen. Tut mir leid, aber du musst dafür mich raus und eine Übergangslösung finden. Jupp. Oh, ist klar. So. Oh, das ist die Ordnung. Ja. Gut. Gut. Bam. Nice. Jo, das ist wahrscheinlich ganz gut. Das ist sehr nice. Gut. 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 Die hatte ich jetzt mal wieder vergessen. So, zur Abwechslung. Shit. Ich habe mich nicht zu Hause. Ich habe mich nicht zu Hause. Wann hatte ich da nochmal das kleine Schild? Ich glaube das war der wieder rein, ne? Weil das große ist, wird ein bisschen zu heftig hier. So. Na kommt. Da jetzt in Acom zu gehen ist er absolut ein Fail. Gut. Bleib hier. Hä? So. Außer jetzt eine Drop hier. 73, 71. Schade. 74, Scout. Gut. Ja komm, das war auf jeden Fall alles mal weghauen hier. Na. Ich glaube da nehme ich jetzt die, wenn die nicht all zu sehr wegzieht. Wir sind bei den Konvertierer Plattformen. Okay. Überprüft was die Kolben blockiert. Sobald sich wieder alles bewegt, können wir weitermachen. Schade. Äh. Oh ja, wir haben das Problem gefunden. Die Schar hat den Kolben verschleimt. Dann schaffen wir Abhilfe. Genau. Passt. Wir haben ihn sauber geschoben. Das ist echt toll und so, aber hier ist es immer noch dunkel. Dann musst du wohl noch mehr sauber machen, Hüter. Puh, das war knapp. Alter. Oh doch, das ist auch nice. Was? Jetzt schmeißt er mich runter euchträglich im Rad. Oh Gott. Toll. Oh. Mann, 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 Mann. So. Penner. Ei, ei, ei. Oh. Äh. Ist ja nicht so, dass ich schon drehen mal hier war. Jetzt insgesamt. Aber irgendwie können wir den Schmarrn hier nicht merken. So. Das ist so normal, Alter. Der letzte Kolben ist sauber. Das Kontrollzentrum ist immer noch dunkel. Es liegt also nicht nur an den Kolben. Du musst da rein und dir die Sicherungen anschauen. Jojo. Versuche es mit der Hauptplattform. Alle Leitungen gehen da durch. Mann, 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 Mann. Mann, Mann, Mann. Das ist gerade beide ja, ne? Strom! Ja, nice. Oh, jetzt so am besten mal noch ein Helm. Wir müssen uns aber immer noch um diese abgefangenen Feindübertragungen kümmern. Jetzt dürfte Titan ja wieder frei sein. Na, will ich springen? Gut, fliegt jetzt nicht weiter. Mein, ich würde nur Events machen, dass ich den Fokus kriege. Den Striker. Ja, nice. Tag. Okay, das ist ja immer so schlecht hier, wollte ich meinen. Ja. Nehmen wir dat. Das auch. Das auch. Das auch. Schauschützgebiet auch. Na. Wird nicht viel. Gut. Also, wir haben jetzt hier... Dat hier. Oh, da habe ich so nützlich gekauft. Na, egal. Gut. Äh. Moment. Da ist das Event. Gut. Nix wieder ein. Weil dat machen wir mit. Am besten wäre dann sogar noch mal ein, zwei Leute dann da, weil sonst wird das nix. Passt ja eh ganz gut, weil da hinten ist eh die nächste Mission, wo daher passt das. Ja, 36 Sekunden, okay. 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 Ist aber noch gerade irgendwie keiner da, ne? So, da unten steht halt rum. Da oben auch nicht. Ja. 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 Da ist der Depp 27E ist gefallen. Da ist der Depp 27E gefallen. Der Depp. Na dann. So, bitte Fokus. Das wäre echt so nice. Das wäre echt so nice. Das wäre echt so nice. Das ist richtig nice. Das ist richtig nice. Hupala. Alter. Das wäre echt so nice. Ja. Na. 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 Oh, komm, schau an, schieß mal auf den anderen. Oh, nice. So, fehlt noch was, da ist sie frei, da ist nur das Reine. Oh, gut. Oh, gut. Oh, gut. Nice. Nice, 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 und, und, und. Nope, natürlich nicht. Das wäre jetzt auch wieder so einfach. Ja, das kann gleich wieder weg. Hä? Ne. Wow. Ja, hat es ja richtig gelohnt, ne? Krass. Nur Müll. Das ist aber auch selten. Oh, das wäre da hinten das Event. Gut. 425. Pfff. Na, komm. Machen wir Titanfall clear. Na, tolle Wurst. Tolle Wurst. Tolle Wurst. Tolle Wurst. Gut. Oh, schade. Na, toll. Da hätte sie auch drin sein können. Aber nope. So. Vor der Stress ja auch noch los geht. Vor allem, was waren das dann nochmal? Ich glaube, das ist irgendwas hier mit der verteidigenden Gedönsel. Warte so. Ah ja. Jupp. Holiday konnte eine ungewöhnliche Menge an Elektrizität feststellen. Gut. Die Mission dauert auch ein bisschen. Jupp. So viel Strom kann nur eins bedeuten. Ein Prozessor-Netzwerk. Und zwar starke Prozessoren. Na. Pancha fahren. Leider wissen wir nicht, wo sich dieses Netzwerk befinden könnte. Du musst also auf die Suche gehen. Und zwar möglichst unbemerkt. Die Einnahme des Netzwerks könnte das Blatt im Krieg gegen die Rotlegion zu unseren Gunsten wenden. Doch ohne es. Ich weiß nicht, was als nächstes kommt. инdelt autour des Blumees попадern würde. Aber jetzt ist alles gut. Bis hier wieder der Einstieg eingeschränkt kommt, dann zieht das Ganze wieder anders aus. Richtig. Ich glaube, ich bin gerade hinzustellen unterwegs, dass sie ja hier nicht mit dem Labern dahinter herkommen. Das Netzwerk ist tief unten in den Wartungsetagen. Amanda, ist das, wonach wir suchen? Bingo, das ist es. Okay, ich habe den Standort. Lass uns einen Weg nach unten finden. Jupp. Okay. So. Ach so. Na, toll. Dacht schon, es ist was anderes. Genau. Mit Sicherheit macht ihr das. Schade, kein Rob. Gut. Wir haben eine Abkürzung für uns gegraben. Lass uns in die Grube da drüben steigen. Wir sind jetzt definitiv in Schuh-Territorium. In der Tat. Begrenzt den Funkaufmerksamkeit. In der Tat. Wir wollen keine unnötige Aufmerksamkeit erregen. So. Und der Tat. Oh. Oh. Ah. Na, wo bist du denn da? Doch, also, Titan geht weh, siehst du da durch wie mit Hunter. Ah ja, da war ja was. Wow! Das finde ich jetzt mal lowlife. Ui! Ja, Präzisionsarbeit. So. Gut, dann gehen wir gleich. Wo sind wir die da? Kann, bin ich irgendwo welche? Was ist hier doch da? Ja. Hä? Hm. Kein Plan. Komm, eh nicht. Ja. Das haben wir aber auch gleich fertig. Gut. Gut, müssen wir ABRM, wenn du um 3 Uhr Harz mich heute weg. Spätestens. Wobei es die letzten Male 3 Uhr 12 war. Aber wirklich darauf anlegen will es jetzt eigentlich auch nicht so wirklich. Häpp. Häpp. Ich bin schon dabei. So. So. Diese Straße führt zur Mitte der Apologie. Wir brauchen einen Ausweg, soweit wir dort sind. Häpp. 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 Oh man. Ah, das läuft echt gut. Weil ich ja auch noch hier versuchen könnte ja. Je nachdem was morgen natürlich hier der Holger Zeit hat oder nicht. Da eventuell dann das schon mal mit dem Hunter weiter zu machen. Ne, ein bisschen aufzugieren. Ne, ne. Also wenn der Holger keine Zeit haben sollte, mach ich mit meinem Hunter Quatsch mit meinem Type hier weiter. Pusche ich lieber den hoch mit den zwei Fokussen. Ja. Weiß von Navi vor lieber hier auf dem Gameplay und so. Häpp, häpp. Ich fahr definitiv nach der Mission wieder Level ab. Oh echt jetzt? Ui Japp Gott Und ich hoffe jetzt nochmal auf ein Event Das wäre zum Abschluss nicht schlecht Am besten mit Focus Drop Na Oder war das hier mit dem Kohl'schen Borer? Ne, das war hier glaube ich noch nicht Kam glaube ich erst später Na komm So Ajo ist da nochmal Panzerfahrten Geht schon So arg viel ist nimmer An Missionen Und wenn der Holger Zahlt sich morgen keine Zeit haben sollte Dann schaffe ich es Den Titan Folder durch Müsste zumindest Neue Welt und Mission verfügbar Olé Genau Ein Nessus Äh Nichts hier rein Das schauen wir dann mal Komm Zieh Ich würde sie werden Machen Na Hexen Okay Sieh es sonst Gehunden Post Jupp Jupp Wobei ich ja Nicht glaube ich Dass ich es schaffen werde Alleine So kommen Signale Über Scharritualaktivitäten Hüter Willst du? Du hattest ja schon mal damit zu tun Wir leben diesen Auch Oh 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 Vollkommen stimmige Konditionen Für ihre Rituale Oh 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 Gott Hüter Auf jeden Fall Hier Normal machen Wo ist der Wo ist der Nää Puh 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 Gott. So, das sind wir auf jeden Fall auch nochmal mit. Hä? So, das sind wir hier. So, das ist heute noch 1.25, das wird eng. Das wird eng, das wird eng. Oh, da kommt immer noch einer. Hey. Boah, shit. Also, mit jene Menge heavy Armour. Armour, nein, ich nicht Armour. Safti. Oh, da kommt immer noch 1.25, das wird eng. Oh, da kommt immer noch 1.25, das wird eng. Nee. Das wird nix, was wir bei dieser Tod. Schade. Schade. Ja, nice. Rabonierter Panzeranschuh. LOL. Okay, ich glaube, ich sollte öfters hier nichts verkacken. Äh, Events. Geil. Da haben wir einen zweiten Fokus. Nachdem er natürlich aufgeladen ist. Geil, geil, geil. Chaos-Fäuste incoming. Bald. Demnächst. Und so. So, jetzt macht es schon mal wieder was Besseres her. 93, gut, dann nehmen wir jetzt auf jeden Fall das hier. Kein Dat weg. Das auch. Und dann heben wir mal noch auf. Genau. Nice. So. Ein hochrangiger weniger. Ja, genau. Und hier gibt es halt so, in Sicherheit eh nichts mehr zu machen, ne? Richtig? Äh. Ah, halt. So, erreiche Level 7. Schieß die Mission, schlag mich tot, blablabla. So, und ich hab wat? 8. Okay. Öh. Moit. Hatte ich da... Nee, da hatte ich noch keine Matches gemacht, ne? Ne. Zwei Matches. Ja, komm. Was soll's? Jetzt muss ich mal... Obwohl, ich hab jetzt gerade Pistol, ne? Aber der andere geht. So, probieren wir's einfach. Was soll's? So, das war frei triggern, ja? Was gut ist, das dürfte ich, glaub ich, auch dazu zählen. Zu dem Fortschritt hier von dem Handschuh. Hm. Jetzt sollte man nicht so oft da unten ans Kabel ran kommen. Hm. Na. 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 Hup. Nice. Also, das wär richtig geil. Hm. Will keiner gerade kompetentiv spielen. Gut, ist ja momentan jetzt auch Prüfung der Neuen, ne? Ist natürlich richtig doof. Zwei PvP-Events. Zwei PvP-Events. Tö. Level 8. 88. Tö. Na. Ich glaub mal, hier hat es auch wahrscheinlich jetzt ein beschissenes... Ah, doch. 5 von 8. Okay, gut. Ja, komm mal abwappen. So. Also, könnt ihr mal... Oh, hab ich gar kein anderes Abzeichen. Nö. Na, geht los. Nice. Gut, kompetentiv geht ihr ja ein bisschen länger. Im Normalfall. Pistol kann ich von Anfang an vergessen. Obwohl, ich nehmt ja, glaub ich, die Automatik einfach wieder rein, ne? Na, hätt ich gleich mal ändern können. So. So, ne, dann machen wir die. Lassen wir die drin. Ist besser. Ich bin bestimmt der Einzige wieder mit dem Dupe-Schiff. Jopp. Mist. Naja. Geht schon. Ja, danach hätte ja schon die Oster Weekly, was man aber in dem Fall garantiert noch nichts bringt. Jawohl, ich könnte es ja schon mal fertig machen, aber halt nur durch Abschließen. Das würde gehen. Oh, nice. Die Leviathan-Raid. PvP-Map. Oh, und laufen die? Okay. Oder nicht? Was denn jetzt? Ah, shit. Ah, shit. Ah, money. 2.88 Hunter Family. Hunter Family. Ja. Wow. Noch eine Minute. Du bist in der Offensive. Zeig, was du kannst. Es hängt jetzt alles von dir ab. Ja, wow. Bisschen zu spät zu wiederbeleben. Naja. Los geht's. Verteidige die Sprengladungen oder vernichte alle Gegner. Oh, das sind nur die Frage, wohin die jetzt gehen, ne? Kacke ich in die Map nicht. Du bist der letzte Hüter. Im Ernst? Ja. Euer Christian. Ja. Das ist ja. Ah, scheiße. Ah, scheiße. Alter. Wow. Aktiviere die Sprengladungen und beschütze sie. What? Ach, da ist noch einer. Bum, 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 bum. Bum. Pff. Tja. Eine Minute. Du bist dem anderen. Alle Truppmitglieder sind platt. Kämpfen mal. Wow. Na gut. So geht es natürlich mit dem Staller vorbei, ja? Tch. Er ist jetzt mal, wo ich hier das kompetitiv spiele. Ohne Stunde. Ah, ne? cl pinteltinnen und flachstunden, wir probieren uns genau da. Ohne Stunde. Boah. Mwah. Uiuiuiuiuiuiuiui. Eine Minute. Ich verlange nur, dass du sie aufhältst. Hm. Noch ein Feind bleibt. Es hat bloß gewinnt, das. 30 Sekunden. Halte die Verteidigung aufrecht und du wirst siegen. Und die Gegner haben wohl den Geist aufgegeben. Ha, ha, ha. Ja, vergeht. Also einer verlassen. Was? Weil die diese Runde verloren haben, oder was? Wir reden die Runde. Ja, vergehen. Also einer verlassen. Wow. läuft der tritt erledigt der Gegner hat eine Sprengladung aktiviert das sollen sie bereuen wow Golden Cannon nice bis heute Abend und nochmal hier in dem Fall nachträglich alles Gute zum Überzeug nochmal aber ich mache dann auch gleich hier Schluss ich werde nur noch hier das eine verzweifelte Match danach noch machen und dann war es das hier auch aber dem ja verpasst du nicht wirklich viel außer scheinbar noch mal ein paar Loose-Ründchen naja ein Gegner steht noch deine Sprengladung ist aktiv da na und andere schnallt sich die beiden anderen das ist so dumm ja gut die Sprengladung wurde deaktiviert äh ja ist ja auch eine gute Nacht ne haust dir rein und so wow wenn ich auf Platz 1 bin aber das ist eh schon bescheuert oh man noch ein die sind so dumm die sind so dumm mein Gott wie kann man nur so pennen das gegnerische Team ist groß da eine Sprengladung bleibt entschärfe sie oh Gott ist zum Glück ist es vorbei alter wenn du es nochmal probieren willst weißt du wo du mich findest ich bin der mit den Bomben ei 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 so gucken reichen die Zeit noch ja durfte noch passen glaube ich auf ich äh oh Gott Schrott so ach so ups soll das gleich doch mal anhauen ja sonst wird das auch nichts Gott jo selte zu 7% hm ja gut ich würde ja jetzt zwei kleine und nur dann seltene Ausrüstung kriegen aber passt ja trotzdem das alles wird ja von dem Power 80 ich habe jetzt schon 85 gut das passt auch locker so ach Gott kurz mal gucken na na passt dann könnte ich das auch im Dings nach formen PvP da ist eh noch noch 1000 also das Ding auch schon wieder voll aber das kleinste Problem nice nur noch zwei Leute so langsam ist es ziemlich knapp wieder mit der Zeit aber es darf gerade noch so reichen dass wir das Ding voll kriegen abgeben können und so weiter ruf der Waffen oder so eigentlich ruf für die Waffen ruf an die Waffen irgendwie so weekly holen und dann passt das auch schon mal es wird zumindest schon mal die erste weekly muss ja nur noch 12 Level aufleveln ja na na komm hmm raid ja nice zu dritt hatten die uns aber fertig gemacht wow na bestimmt hier Osiris beziehungsweise Prüfung der neuen Spieler tipp ich mal so entweder wir gewinnen jetzt schnell 6 Runden oder Gegner gewinnen 6 Runden schnell das ist ja natürlich der Idealfall jetzt 5-5 wäre echt kacke fährt hier noch strikes fährt hier noch oh ja raid hm nur dann ah Okay. Ist er in der AFK oder was? Boah, yo. Nice. In der AFK. Sauber. Alle Truppmitglieder sind platt. Kämpfe nochmal. Läuft. Aktiviere die Sprengladungen oder eliminiere alle Feinde. Oh, er ist da. Okay. Nein, nein. Dann passt es ja. Boah, wir sollten es natürlich schneller verloren hätten. Okay. Was? Oh Gott. Mit dem Schwert. Wow. Alle Truppmitglieder sind platt. Kämpfe nochmal. Okay. Kann man machen. Verteidige diese Sprengladungen. Das ist deine Stunde. Also wenn die jetzt zu catch kommen, bin ich aber sowas von Instant Down. Hört sich hier nach da an. So wie der Chiller. 7-0 Na dann Hm Lol Gut Hauptsache es ist gar nicht wirklich hier was der Russin gekriegt, aber naja Null, 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 null Meine, 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 meine Gott Mal wieder Ah shit Echt jetzt Wow Ja gut Na ja Da Celtic Da haben wir keine Chance über nehmen Das schafft man nicht Oh gut Egal Außerraß hast du die 2 Liga ja fertig. Oh Gott, oh Gott. Es bleibt noch ein Gegner. Sprengladung ist aktiviert. Beschütze sie. Alle Gegner sind besiegt. Gefällt mir. Wow. Noch mal Gnadenwin. Überhaus wird es jetzt fertig machen. Verteidige die Sprengladungen oder vernichte deine Gegner. Es bleibt noch ein Gegner. Alle Gegner sind besiegt. Gefällt mir. Ja. Aktiviere die Sprengladungen und verteidige sie mit deinem Leben. Okay. Au. Boah. Hohohohoho. Jo, na, ist schön von denen alle aufgerollt. Den hatte ich halt zwar so aus wie ich auf dem Schirm. Oh je. Oh je. Oh je. Oh je. Oh je, matt. Oh je. Oh je. Oh je. Oh je. Oh.